Sie waren nur hier am Stadtpark? Ja. Okay. Sie waren nicht auf irgendeinem Gebäude oder sowas mit irgendwelchen Freunden oder Bekannten? Im Macebane Tower. Da waren Sie oben? Ja. Okay. Mit wie vielen Personen ungefähr? Vier. Oder fünf. Okay. Kennen Sie die Namen? Ja. Ja, würden Sie mir die nennen, bitte? Ja, Stefan. Der Rudi. Die Chiara. Und die Chiara. Vielleicht. Vielleicht auch noch Colin. Okay. Haben Sie mitbekommen, dass die Personen, die da oben waren, von dem Tower runterspringen wollten? Basketabgecko. Ja. Panzer. Okay. Ähm. Halten Sie das für eine gute Idee, wenn man von da oben runterspringt? Ja. Also, wenn ich jetzt ehrlich bin, ich persönlich halte es für eine sehr schlechte Idee. Okay. Es ist vor allem in der Stadt sehr lebensgefährlich. Ja. Wenn man mit dem Fallschirm nicht umgehen kann, kann es schnell sein, dass wir unterzentrale LSPD-Köpf aus am Apparat. Ja. Marzuna Medical Center, No-Laner Apparat. Jawohl. Äh, wir haben jemanden, der wurde angeschossen und dran haftet, wurde von den Notfallmedizinern während der ganzen Sachen gerade eben hier eingeliefert, ja. Okay. Jetzt bei uns, ich mach die Nachuntersuchung. Der ist aber schon vernehmungsbereit. Die Notfallmediziner haben da schon gute Arbeit geleistet, ja. Ja, das ist sehr schön. Haben Sie da einen Namen schon oder machen wir da gleich? Achso, ich kann fragen, wenn Sie am Telefon warten. Ja, sicher, sicher. Äh, ich bräuchte mal einen, Ihren Namen bitte. Raik Berson mit A-E glaube ich, A-E. Berson, ja. Ah, nee, E-E. Aber Berson mit A-E meine ich. Gut. Raik Berson. Jawohl, hab ich ja, äh, je Fungle. Ah, sehr schön. Ähm, gut, wir schauen dann gleich vorbei. Ach, Sie sind der Kölner, oder? Bitte? Ah, Sie sind der Kölner, oder? Ja, richtig. Ah, der mir das Bier geschenkt hat an meinem Geburtstag. Jo, gern doch, jo. Und, hey, wie schmeckt? Jo, war gut. Das ist schön. War nur wenig, haben Sie mir gesagt. Bitte? Leinbar ist, meine ich. Achso, ja, ja, das ist Kölsch, ne. Das ist, das Genies, Mann. Das ist ein Genieser Bier. Okay, gut. Wenn du da nur jetzt Brustig an und da noch hier im Auto so, kann ich da vorbeibringen. Nee, ich trinke eigentlich nur Silvester und an meinem Brust hat was. Jo, wenn die Geburtstag herst oder Silvester ist, kannst du ab und so. Okay. Alles klar. Wir sind dann gleich vor Ort, ne? Alles klar, ja. Bis nachher. Gleich. Also, sie sind nicht selber gesprungen. Ja. Was geht ab, Nigo? Okay. Was, da ist Kyobi? Das X ist das ein O. Hallo, Weezy. Erstmal gleich fahre ich im Sprung hin, ja. Hm. Das ist nicht ganz, ganz los, hätte ich gesagt. Weiß nicht. Kollegen, wir machen mal weiter. Also, er weiß von den Sachen. Ja. Dass die da runtergesprungen sind. Kennt die Person auch. Ja. Er hat ja schon, hat er die Person schon identifiziert, hat man den Namen habe? Er hat die Vornamen zumindest genannt und einer davon ist auch bestätigt. Okay. Den Vornamen der Frau, wissen Sie den? Die dabei war mit sehr auffälligen Haaren. Muss wohl auffällige Haarfarbe gehabt haben. War die Kiera und die Cara dabei. Die Cara, sehr gut. Mit C oder wie? Wird das mit C geschrieben, Cara? Jo, das wäre eigentlich schon alles. Wir danken Ihnen dafür, dass Sie uns geholfen haben und wir müssen dann einmal zum Krankenhaus. Hab ich hier mit K geschrieben. Okay. Ja, aber wenn noch was sein sollte, melden wir uns auf jeden Fall bei Ihnen. Okay. Bis dann. Ja, dann können Sie wieder zu Ihren Kollegen da drin reingehen. Okay, tschö. Bis dann noch. Ciao. Angeschossene Person im Krankenhaus am Hafen von der Notfallmedizinern aufgesandert worden. Geht hier ab. Ja. Kriegst du schon ausgebrochen oder was? Anscheinend. Wie auf der Militärakademie. War noch was? Was? Ob noch was war? Ich wollte eigentlich gleich nochmal zu Ihnen, Kurs. Ja, wir sind so in ca. 10 Minuten oder was in PD, da könnten Sie dann vorbeischauen. Alles klar, würde ich dann machen. Jawohl. Jo. Jetzt sehen wir den Markkauer und Smiley auf dem Handel. Ja, ich kenne den Herrn schon. Das Problem ist, man kann sich leider wirklich nicht auf seine Aussagen verlassen. Er hat irgend so eine psychische Krankheit. Keine Ahnung, was es ist. Fragt mich nicht. Aber er sagt wohl nur ja und okay. Was anderes kann er wohl nicht sagen. Und wenn er mal irgendwie... Am westlichen Highway, wenn wir schnell so kommen, da hin. Letzter Weg, komm. Mein Jotto. Wir sind mal zu dritt im Dienst und dann geht hier die Stadt unter, ja? Ja, richtig. Hat Wetter noch dazu. Passt halt wieder, ne? Was geht ab Simpli, Bruder? Campo, Guji, schönen guten Tag. Hallo, 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 Sven. Modchat, ja wie immer. Alle müssen Pantek bringen. Was geht ab Panda, Bruder? Was geht los da rein? Was machen sie? Oh, Panzer. Oh, Panzer. Oh. 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 Geht leer aus. Gehen wir mal trotzdem rein. Jawohl. Sauber. Also noch mal. Also noch mal da. Jo. Alles klar. Sehr gut. Der war ungelobt. So, wir kommen wieder zum Krankenhaus, da. Richtig. Er ist noch nicht zum Krankenhaus da vorbei. Alles klar. Bei Außenwerbung kann man ausmachen, denke ich. Mir kommt, Bruder, wie geht's dir? Als Pupke, Mobile Investor. Ja, richtig. Das geht ab einmal. Ich dachte, ich hab Halle drin. Das war Päzeln. Das war Päzeln. Das ist Jodos. Ich könnte direkt weiterfahren. Ich könnte direkt weiter. Ich könnte direkt weiter. Da war Jodos. Ah, ok. Okay. Hätte ja sein können, dass das jetzt ein Serientäter ist und der sich den Ex in den Shop sucht. Ja. Er lag auf der Route. What up, Sparacus? Das hat das. Ich bin fertig. Das war Päzeln. Vielen Dank. Vielen, vielen lieben Dank für deinen Resub Habibu, was geht ab? Also ein Herr Bershon, den suche immer. Okay. Vielen Dank. Okay. Und es war auch noch ein Freund von mir eingeliefert worden, der Stefan Wulff. Haben Sie schon ein Update für mich? Wissen Sie genaueres? Jetzt wird es traurig, mein Freitag. Okay, alles klar. Ja, aber entlassen wurden sie noch nicht, nein. Kann sein, wie gesagt, den Nachnamen kenne ich leider nicht. Genau, in der Garage. Genau, genau. Genau, genau, genau. Was geht ab, Birdie? Okay, alles klar. Gut, mit wem darf ich dann sprechen? Mit uns alle. Alles klar. Also der Stefan Wulff und die Kara Campbell sind beide verstorben. Den einen hatten sie ja schon 1436, der Wulff 14.50 Uhr die Campbell. Die Campbell dort vor Ort am Macebank Tower, Wulff hier am Krankenhaus. Beide Tode wurden jetzt von mir bestätigt. Dr. Rosewski. Rosewski, ja. Genau. Es gab eine weitere Person, die an dieser Aktion beteiligt war, die Chiara Cullen. Ihr geht aber, sie ist zumindest stabil. Ich glaube, die hat sich jetzt auch erstmal schlafen gelegt. Die wurde von den Notfallmedics hier eingeliefert worden. Die ist dann nicht ganz runtergefahren, sondern nur auf der Kante. Auf dem Vortag, ne? Genau. Ähm. Ja. So viel Informationen haben wir jetzt momentan. Gibt es dann noch irgendwelche Fragen ihrerseits? Zu dem Fall direkt jetzt nicht. Einfach mal ein Anruf für Kray, wer auch damit eingeliefert wollen mit Schusswunde. Genau, der Raik Bersen, der wird gerade operiert. Okay. Der Herr Miles braucht dafür ungefähr noch so 10-15 Minuten, hat er gemeint, jetzt dann. Ja, gut. Dann werden wir nochmal ganz kurz wegfahren und dann sind wir direkt wieder da. Alles klar. Ja, was dann. Gut. Bis gleich. Bis gleich. Lorenz ne Lade. Jetzt mal am östlichen. Jetzt mal am östlichen. Wattab sein. Wie geht es dir am Kessel? Genau, vielhalb Kilometer, ne? Ja, ist er bis hier jetzt. Also, ob man da rechtzeitig ankommt, weiß ich nicht. Aber. 1,2,3,5,5,6,6,6,6,6,6,6,6,6,7,7,9,4,7,6,7,8. Was macht die Kunst? Welche Kunst meinst du? Und mein Headset. Meine Klinke funktioniert manchmal nicht richtig. Mr. Pace, was geht ab? Oh, wieder einer. LSBD Notruckszentrale Kürbersammapparat. Ja, guten Tag, Brett hier, hallo. Und zwar, ich habe eine Frage. Und zwar, ich wollte gerade an der Garage mein Auto ausparken. Ja. Aber das Problem ist, da steht es bereits jemand. Und ich habe jetzt eine Weile gewartet, aber da taucht keiner auf. Das Auto ist auch geschlossen. In welcher Garage befinden Sie sich? In der Garage, Moment, muss ich nachsehen. Und zwar ist das, Sie kennen ja die am Stadtpark, ne? Jawohl. Und dann gibt es Richtung Westen, gibt es oberhalb, das ist so in der Nähe. Also, wenn man jetzt auf den Stadtplan sieht, unterhalb vom Krankenhaus ist so eine öffentliche Garage. Jawohl. Und da warte ich. Gut, dann würden wir da gleich vorbeikommen mit einem Streifen, dann kümmern wir uns um das Problem, ja? Okay, alles klar, danke schön. Können allerdings nur zwei, drei Minuten dauern. Ja, ja, kein Problem. Okay. Alles klar, danke schön. Ja, tschüss. Ich kenne mich da, wa? Nee. Okay. Fahrzeug ohne Halter, blockiert öffentliche Garage. Wenn der von Benni hat mir gesagt, mit den ihren Abschleppern oder irgendwas, wär dann in Ordnung, ne? Weil da haben wir noch was da. Vielleicht ist er da. Ja. Lsbd-Notdruckzentrale, Küpper, sag mal Apparat. Hallo, Küpper. Jawohl. Wie ist der Janosch? Ja. Ich stehe hier an der Garage am Stadtpark und hier steht dein Auto auf dem Dach mitten auf der Straße und der Magow versucht die Polizei zu erreichen. Direkt am Stadtpark? Ja, an der Garage hier, zum Ammunation. Ja, richtig, die Garage. Gut, wir sind so in zwei, drei Minuten sind wir da. Okay. Jawohl. Tschüss. Weißt du denn, wie das aussehen mit dem Benni? Ja, die sind anscheinend noch nicht da, ne? Doch, da war eine da. Ich war schon da mit dem Motorrad. Er war mit dem Abschlepper. Da bin ich nicht bei dir am Apparat? Ja, grüß dich. Der juckt noch in C. Und zwar wollte ich uns fragen, wie sieht der Lust mit irren Abschlepper? Was hättest du da jetzt in Erfahrung bringen können? Äh... Nee, hab ich noch nicht in Erfahrung bringen können. Okay. Aber... Wir können es uns gleich ausprobieren, weil ich muss jetzt erst mal was abnehmen. andere schleppen. Also ich bin grad bisschen im Stress. Joa, kein Problem. Ansonsten kümmern wir uns drum. Wo fährst du dann an? Ich glaub mal das gleiche anfahre hier. Äh... Ähm... Bei euch über dem... LSPG... Den Waffen... Äh... Kleidungs-Shop? Waffen-Shop? Den Shop. Achso, ja, gut. Der Binko da. Äh, ja. Ja, richtig. Okay, dann haben wir nicht das gleiche. Pass. Dank dir trotzdem, ne? Joa. Tschüss. Er weiß jetzt noch nicht. Er probiert jetzt los. Und da am Stadtpark muss auch ein Fahrzeug auf dem Dach stehen. Ich kann jetzt keines hier sehen. Ich hab eins mitten auf der Straße gesehen. Stand halt auf dem Dach? Äh... Nö. Okay. Ja, komisch. So, und was soll ich jetzt sein? Das Fahrzeug hier hat die Garage blockiert. Guten Abend. Moje Jung. Ah Joob, du machst das schon. Ähm... Du siehst auch nichts, oder? Äh... Äh... Müsste eigentlich dort ein weißer Wagen stehen. Äh... Ja. Der sehe ich zwar auch. Er war mal ein Problem. Äh... Der hat nichts, wo man jetzt den Otto-Ulens-Wer anrufen könnte, wo man Abstellparken dran haben. Okay. Hm. Haben sie schon mal Augen ausgewaschen? Ja. Tatsächlich habe ich das schon. Hm. Ansonsten würde man sie jetzt kurz mitnehmen zur Garage hier vorne am Stadtpark. Dann können sie da ein Fahrzeug ausparken. Äh... Das wäre ja auch eine Möglichkeit, ja. Ja, machen wir dazu, ne? Steigen sie auf der linken Seite einfach ein. Okay. Ja, alles klar. Ah... Boah, gut. Ach. Kopfdienst on fire. Die ganze Zeit nur action, action, action. Der hat übrigens auch für das Fahrzeug oder am Dach steht der ja noch wieder angerufen, ne? Ja. Ich hab den auch rumhüpfen gesehen. Seht ihr hier ein Fahrzeug mitten auf der Straße? Ja, richtig. Ja. Okay. Er hat kurz gezuckt. Alles klar. Dann bedanke ich mich mal vielmals. Jo, bitteschön. Jo, dankeschön. Hallo Officer. Jawohl. Können Sie mir bitte helfen? Bestimmt. Ja, ihr müsst mal bitte mein Auto da beschlagnahmen. Das liegt da auf dem Dach. Das grüne Fahrzeug, ja? Ja, richtig. Dürfst du ja einmal einen Führerschein von Ihnen sehen? Ja, natürlich. Bitteschön. Jawohl. Herr Johnny Margo. Das ist richtig. Perfekt. Dann... Ich hab nämlich hier rausgefahren und hatte einen kleinen Schwächeanfall am Steuer und ja... Ja. Dann hat es mich da wohl überschlagen. Ja, ist ja nett. Äh... Jut. Machen wir das Evans, ne? Wunderbar. Guckst du Personenakte Marco, ob er uns was vorliegt? Ja. Das ist das. ja... Und jetzt be biết. Ja. Ja. Ich hab hier drauf. wir haben sie ihren führerschein zurück ja dankeschön und wenn von ihrer seite nichts mehr ist denke ich mir damit auch fertig und ist so vielen dank auch so schöne nach wiedersehen aber zum krankenhaus ja gucken wie weit die mit der operation sind ansonsten haben wir nichts offen hey sandra was geht ab das vom fußball ist eine abseitswarnung rdm im wort dafür gibt es bahn ne rdm also vorsichtig einsetzen immer schuldankündigung machen ein jägers ruft was das ist was von irgendwie von hey bocky habe ich nicht hallo ich dachte du wärst vorher schon da gewesen ich hätte dich schon begrüßt hätte ich hallo gesagt man siehst du mal ich gehe davon aus dass du von anfang an dabei bist richtig valerie ne noch nicht ich war heute tatsächlich noch nicht an snapchat ja wenn die noch zählen sind ja keine was geht los rauke kann ich schon mein neuer moped jetzt sein ich glaube nicht ich habe mir ein nightblade gekauft in rot-weiß ich kann mich nur an die regina erinnern ja richtig das ist ja mein auto ne wir haben jetzt aber auch ein motorrad gekauft ein moped ist schick nightblade in rot-weiß echt top 28 Dosen hab ich bezahlt ja das ist doch gut ne ich muss noch meinen kamatch aufpimpen lassen ja wenn es dann irgendwann Geld oder sowas noch ne ich kann nicht liegen ist ja kein problem ein paar Dosen hab ich auch noch naja muss ich gucken ich weiß gar nicht was der billy meinte was ich brauche ansonsten hätte ich dachte bennys ist ja auch da ne wenn die wissen was für fahrzeug ist könnt ihr das schon kosten voranschlag machen ja aber ich glaube bei dem kamatche da gibt es so viel zeug ey ach so das ist echt krass was man da alles dran machen kann ich sag jetzt du meinst leistungstechnisch ne darum geht es mir ja auch erstmal nicht also erstmal um die aufklick so ach so drei minuten dauert es noch ungefähr ja jo ja haben wir ja noch ein bisschen schick mal dann haben wir uns äh sind schneller wenn die zwei da zu dem schuss opfer hören vielleicht können wir uns jetzt hören telefoniert hey ich bräuchte bitte ein ich müsste einmal durchgecheckt werden durchgecheckt okay ja ich hatte gerade einen schwächeanfall am steuer und dann hat sich mein auto wohl überschlagen und ich weiß leider nicht mehr so viel ach so überhaupt nichts okay ne also ich weiß nur dass ich da ich war im stadtpark an der garage bin da losgefahren und dann hatte ich einen schwächeanfall als sie wieder zu mir kamen war ich im auto und lag auf dem dach aber ähm körperlich geht es dir gut ja ich fühl mich zumindest gut also äußerlich alles klar super ja äußerlich ist ja in Ordnung ich würde mich nur durchchecken lassen und das ist deine begleitung was geht ab, aber ich bin klar gefahren ja ich bin deine begleitung ja sehr schön mach das nie wieder mach das nie wieder gut dann komm mal mit ich gebe dir 5$ wenn du da gleich nochmal machst was? er hat gesagt mach das nie wieder ich gebe dir 5$ wenn du da gleich nochmal machst nur 5? mir ane steht mit leg noch 3 drauf sind wir bei 8 ich hab einen 1,46$ Mindestvertrag meine Rolle sind wir schon bei 9,46$ das verlockend ja jeltan oder nitan ne und was machen sie so hier gerade? ja chillen ne und du? ja ich warte auf ich warte auf Margo ja der hat er mich ja gerade getroffen ja der hat er mich ja gerade getroffen ich wollte es nur sagen nicht dass ihr euch da irgendwie wundern oder was gut dann einmal mitkommt bitte ja also jetzt doch alle oder was ja geil ja ich warte hier vorne da an dem Becken müssen ja nicht alle die Befragung machen ne ja jo dann einmal hier rein wenn ihr soweit durch seid sagt ihr mir bescheid der Herr kann dann soweit auch erstmal wieder gehen nur dass wir dann bescheid wissen dass ihr ihn dann irgendwie irgendwo hin mitnehmt oder was ja Fahrverbot könnt ihr euch bitte auch schon mal aufschreiben bis zum 22.06.15.30 22.06.15.30 jo 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 hamster möchtest du den Befragen oder was bitte äh ich meine meine Kollegen hier hamster achso weißt du ähm einer könnte schon noch mitkommen naja ich komm schon mit ja ok mach dir zwei das bisschen schüchtern oder was ich ne die beiden Herrschaften achso quatsch quatsch ne der eine ist Rekrut hier der Hamster ah ok und äh das ist halt immer für den was besser ne ja ja klar je mehr der mitnimmt umso schneller kriegt er dann die Beförderung ja das ist richtig hurra äh wahrscheinlich auf dem Schrottplatz Malz auf dem Schrottplatz ja unten der Dispatch oder was ja haben wir ja ähm schrottplatz musst du mal aufpassen da werden manchmal leute abgeladen höre ich was ja leute abgeladen genau das ist es also ich rufe ich sage ihnen dann bescheid jub äh äh tschuldigung her wie heißen sie denn nochmal das ist jub das ist schon richtig ja achso ok ich sag dann bescheid jub ja falls der Kollege sich meldet mit ob das wieder irgendwas ist in Ordnung weil auf dem Schrottplatz haben wir normalerweise wie sie ja wissen immer nur ja deponierungen ne ja der da geht ja keiner freiwillig hin normalerweise ja vielleicht hätte er war da da eine Werkstatt oder was für sein Auto und wir haben Glück und er ist da ist immer was ob der Fuß gefallen oder ob der Korb oder so ja oder ist er von der Autobahn runter mit dem Auto das kann auch passieren weil die geht ja direkt drüber richtig also wie du schon säst ne wenn er uns jetzt da ist oder so musst du direkt an maunzuna medical center nolan wie kann ich ihm helfen gibt es die nicht schon die pinken ja gibt es doch schon da gab es welche mit pinken militärklamotten ne ja rakim will nur nicht schreiben ja das ist richtig Panzer das hast du sehr sehr gut erkannt ja liefen wirklich welche pikrums heim ey grützange was geht ab pink weiß karmogern ja mach das doch was geht ab black brudi mit schotten rücken alter die brings ne mit der brings box mit der brings box hühlpanzer ja ok anscheinend nichts ok ehrliches gewesen ja das ist schön ja das stimmt gut ich muss mal wieder jawoll mal 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 ruhig Zehn, Zehn! Oh! Zehn, Zehn! Weezy spielt uns alle in Grund und Boden, wenn der hier drauf kommt. Angeleckt meins, oder wat? Angeteckt? Hm, wat? Jetzt kann ich auch schnell mein Stream-Intro abnehmen. Ah! Bin ich ja bis jetzt nicht zugekommen. Bin ja direkt im RP gestartet. Dann lassen wir das jetzt laufen. Oh! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Es ist ein Investor. 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 Es ist ein neues Fahrzeug. 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 Es ist ein Auto? Ja, ja. Was geht, wen noch? Ja, soweit alles ruhig. Was geht ab, Dominic, grüß dich, hab ihr Bock? Was geht ab, Dominic? Was geht ab, Dominic? Was geht ab, Dominic? Du bist so schnell. Du bist. Du bist so schnell. Du bist so schnell. Ich habe Lust auf was von Haze, Lust auf ein bisschen Haze. Hier habe ich den letzten um 4 Uhr in der Nacht, habe ich hier jemanden gesehen. Das war ein Tier mit seiner Karre. Okay. Ich war hier an den Tieren, aber ich hatte halt keine Knarre dabei, ich habe jetzt keine Lust drauf. Ich war vorhin an der Tankstelle da. Ah. Hätte er da vorne geparkt oder was? Ja, genau so wie wir da jetzt gerade standen. Okay. Und der war halt da und umherlaufen und was am Machen. Ja, die finden immer Schlupflöcher, ne? Ja. Ja, ja, ja. 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 Ich glaube, ich muss nicht sagen, wie das aussieht, ne? Ja. Das sind auf jeden Fall keine 5 Sterne, ne? Mhm. Er war vergleichbar. Ja, davon gibt es noch eins direkt am Stadtpark halt. Ja. Wo du auch ein Partner ins Team kaufen kannst. Ja. Ja. Steht hier. Hattest du das vor, dann habe ich gesehen, was du brauchst. Bei Goggles. Und eine Zufriedenheit. Zufriediger. Ja. Ja. Ich bin der verlorenen Stimme. Auf der Jagd nach der Million mit der Kimme. Und Korn in der Mitte spricht. Die Show kann beginnen. Ich entwickle mich immer weiter fort. Ohne Limit. Alles, was ich brauche, ist ein Mikrofon und ein Jibbit. Fakt ist, immer steht ne Nachtschicht bevor. Doch das macht nichts. Ich bin für den Scheiß hier geboren. In der Hood hast du Haze aus nem schnein alten Fort. Du hast schon verloren, Digga. Mach dir nichts vor. Die Stadt hat das Wort. Sie sagt dir, was du hören willst. Sie sagt dir, wer geht gut. Erst mal essen, ja. Viel Glück dabei, Weezy, Bruder. Ey Pedersen, was geht ab? Hallo Sassi. Also ich war schon verdammt lange nicht mehr Fan im Deutschrap. Aber Haze Bruder, ich bin Fan. Verschissen, Homie, mittlerweile solltest du's ja eigentlich schon wissen. Weite Bissen für Bissen, Digga. Keiner kann mich wissen. Vergiss es, versuch es. Mach doch nicht so schüchtern. Vielleicht kannst du eines Tages auch so splittern, wenn du Glück hast. Bis dahin spliffen wir den Shit, der dich verrückt macht. Ich hab da grad mal ne Frage und zwar bei, wenn ich ne Fallakte jetzt erstelle. Soll ich mich da jetzt als leitender Ermittler eintragen? Ich bin mit dem, wenn du sie auf den Weg geben kannst. Ich bin mit dem, ich bin mit dem. Ich bin mit dem, ich bin mit dem, ich bin mit dem. Da wird die Sonne am Ballern, oder? Ja, eben ran, jetzt start, also wir können sich da oben noch nicht entscheiden, wa? Wahrscheinlich sitzt der Petrus da oben an einem Spielautomat und ist die ganze Zeit am weinen, wenn er verliert. Er hat jetzt Frühspiele. Ja, das sieht schön aus, trink doch, roh, streck mal ein Tee an. Oh, wollen wir mal ein bisschen bei United vorbeischauen. Ey, jetzt ne hohe Stezaft, ne? Willst du auch ne hohe Stezaft, Spendt? Ja, der war schon. Auch ne Rausch. Das war vielleicht ein bisschen so. Ja. 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 Also ich bin so ein bisschen erstaunt, dass der Greifer mich gedacht hat, ne? Weißt du? Ich hätte mir einen Bengalo zu hören. Ja, ich glaube eher, dass das für die Helis ist, ne? Ach warte, nehm ich mir das Stadion, Junge. Ja, wir haben doch hier die Arena direkt oben im Süden. Ach, diese Maze Bank Arena. Ja. Ich dachte, die spielen ja nur Basketball da drin. Das ist ja, Büro-Technik kann ich da ja auch anwenden. Wir reden vorrangig um die Show, nicht um die Sportler. Wow! Ich meine zu über år komme heraus, ich weiß nicht, scheiße Mace Bank Tower. Das muss der allergrößte sein. Das weiß ich selber, leider nicht. Ja, das ist der größte. Ich war da letzte Woche mal oben. Sehr windig. Jim, da war ich bei Nacht auch mal oben. Weiß ich noch. War schon richtig dunkel und wenn nicht, ich stand da aber nur mal kurz rum abgeguckt und bin dann direkt wieder runter. Wie kann man so beschlossen? Ja, wie er schon sagt, da war schon windig da. Ich hab schon Angst, dass ich da fliege. War auch nur ungemütliche Menschen. Ich brauche mich ja noch nicht mal vom Fünf-Meter-Brett. Ich weiß nicht, seit diesem neuen Justizsystem gibt es ja im Prinzip keine richterlichen Ausnahmen mehr. Also dieses... Wie heißt das? Wenn sie beim Arbeitsweg zum Beispiel irgendeine Abkürzung nehmen dürfen, die sie normalerweise nicht nehmen dürfen. Solche Sachen, ne? Die gelten ja nicht mehr, oder? Boah, war jetzt wie da an der Mine, ne? Oben. Ja, genau. Wo die Eisenleute die Abkürzung nutzen dürfen. Ja. Also der Herr Brandt hat zu mir gesagt, dass die Sachen wohl nicht mehr jetzt gültig wären. Müssten wir die dann theoretisch neu entwerfen? Weil wir sind ja jetzt im Prinzip Staatsanwälte und Richter, oder nicht wahr? Ja, wahrscheinlich, ja. Aber ich sag mal so, wenn ich da jetzt Leute sehe, die da fahren, das halte ich jetzt keinen für an. Richtig. Weil das, ne, das wurde ja auch ausgesprochen, die Leute sind da so gewohnt. Das ist auch Schwachsinn da jetzt. Unnötig. Richtig. Kannst du die Leute ja jetzt nicht dafür bestrafen, ob die bis jetzt immer da lang fahren durften? Ne? Und, äh, auf einmal dann doch nimm ihn. Dann kannst du die höchstisch bitte nur hoffen, dass die dazu langsam ablegen dann, ne? Aber direkt jetzt irgendwie dahinter. Schwachsinn. Ja, ich bin ganz ehrlich. Ich habe jetzt noch kein Gesetz von Los Santos gesehen, wo irgendwas über das Fallschirmspringen drin steht. Also theoretisch ist es weder verboten noch erlaubt, da von dem Tor runterzuspringen mit dem Fallschirm. Der ist halt nämlich, ne? Na gut. Weil die da aufgeklatscht sind, ne, äh, bringt da auch kein Gesetz mehr, ne? Richtig. Ja. Ich denke auch, da ist Strafe genug. Ja. Na scheiße, ich hab nur, äh, also der, 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 Janoschauer oder wie der heißt, Joshua oder was? Ähm, der hat ja auch nichts gesagt, ne, aber, man hat ja gesehen, dass hier die, wie hier diese Schneemänner, die vom PD waren, äh, äh, die da Stress gemacht haben mit den Baseballschlägern und alles. Ne, Männer. Die waren ja auch unter Drogen so, ne? Ne, Männer? Wäre jetzt interessant gewesen, wenn da jetzt auch irgendwie Drogen im Spiel gewesen wären. Was war denn da mit Schneemännern? Habe ich gar nicht mitbekommen. Ja, die haben, äh, sich da diese, diese Dyniner oder so reingeklatscht. Äh, und haben dann, sind da mit den Baseballschlägern auch unsere Officers los. Und dann haben wir da, war halt dann, äh, ne? 10-10 halt, so. Alle, alle sind gekommen, auch die Detectives, die Undercover. Also ich war selber auch mit, äh, äh, dem Williams Undercover unterwegs. Äh. Da kamen alle dazu und es ist voll eskaliert dann, ne? Also die waren, wir haben da Taser in die rein geschossen ohne Ende. Das Notrufzentrale, LSPD, Kürbosamapparat. Äh, ja, ich kreise grad mit dem Motorrad, das ist, äh, PD. Ich werde hier von, zwei komischen Fahrzeugen verfolgt, äh, von den, von den Blauen. Äh, von den Blauen, ja. Versuchen Sie mal, irgendwie mit Ihrem Moped, äh, Richtung, Richtung, Richtung Pferderennbahn oder so zu kommen. Wir fahren dann auch in die Richtung, ja? Dann treffen wir uns da. Geht das? Äh, in der Pferderennbahn oder wie? Ja, da, auf der Autobahn da direkt. Äh, ja, bleiben Sie mal bitte dran während der Zeit. Ja, sicher doch. Waren Sie Richtung Pferderennbahn. Ich erkläre Sie eben mal kurz auf, Ihr Schief weiß Bescheid. Äh, mein Name ist Rick Moore, ich hab die Blauen verlassen. Sie hatten alle so Schneemannsmaske raus. Okay. Jetzt musst du mal überlegen, wenn die halbe Stadt sich sowas mal recht macht. Äh, wir haben, ja, direkt an der Pferderennbahn haben wir ja die Auffahrt da. Von der Autobahn runter. Dann hast du hier Kriegszustand. An der würden wir sie dann am besten anpassen. Äh, wir müssen los, Jungens. Ja. Fährtet Ihnen noch Jod? Ja, ja, ja. Gut. Du kannst in Richtung Autobahnauffahrt bei der Pferderennbahn nach. Ja, bin ich gerade. Ja, wir fahren jetzt auch Jod. Also ich bin gleich da. Ich bin jetzt, äh, wenn man von der Stadt hochfährt auf dem Highway jetzt an der Ausfahrt bei der Rennbahn. Jawohl, versuchen Sie sich da irgendwie aufzuhalten, wir geben uns jetzt dahin, dann sind wir sofort da. Ja, ich gehe auf den Parkplatz von der Pferderennbahn, die hintere. Ja, Parkplatz von der Pferderennbahn, jawohl. Äh, zur Information, Kollegin, da ist ein Motorradfahrer, der die blauen wohl verlassen hat. Und da sind zwei Fahrzeuge, die ihn jetzt, äh, verfolgen. Er war gerade schon am PD. Ja, es waren auch die blauen und das, äh, der Typ, äh. Ja. Also es war eine Manchester und ein, äh. So ein komischer Van, äh, SUV und, äh, ich weiß das, äh, die Fahrzeuge zu denen, gell? Jut, also manche sollen ein SUV und sie wissen, dass die Fahrzeuge auch zu den blauen gehören, ne? Ja, die hatten ja auch blaue Klamotten. Jut, hatten blaue Klamotten, perfekt. Ja, ich wiederhole das, damit meine Officer natürlich auch direkt wissen, was los ist. Naja, kein Thema. Ich bin jetzt auf dem inneren Parkplatz, äh, Pferderennbahn. Jawohl, wir sind jetzt auch bei der Autobahnbrücke. Vielleicht kommen sie da hin, die Fahrerin, so als ob sie Richtung Auditorium fahren müssen, ja, wo das ist, oder? Ja, ich weiß nicht, Mann. Ich frage mich halt, warum die mich verfolgt haben, Mann. Ja, ich habe mir das Moped vor gefühlt zehn Minuten erst gekauft. Die können gar nicht wissen, dass ich das fahre und ich sehe komplett anders aus. Ja, wir sind jetzt genau bei der Autobahnbrücke. Wir fahren dann mal weiter Richtung Pferderennbahn. Ja, ich komme aber aus dem Parkplatz langsam wieder raus. Ja. So, wir sind direkt davor jetzt. Ja, ich sehe sie. Jawohl, da sind sie ja. Und hat Autos noch hinter Ihnen? Ah, ne, nicht mehr. Ich habe sie beim PD umkreisen irgendwie abgehalten, obwohl ich nur im Kreis gefahren bin. Gut, dann ist der Motorradfahrer hier vorbei. Ich halte mal hier an. Richtig, wir kommen auch vor den Casino-Eingang. Da bist du nicht. Da bist du nicht. Moin. Ah, nicht wundert mein Gesicht, dass es keine Maske ist und verwandt. Damit sie sich jetzt nicht erschrecken. Ja, wegen dem Tattoo? Ja. Ja, da habe ich schon was von gehört. Okay. Das ist ja schon mal super, dass wir dann abhängen werden. Ja, keine Ahnung. Ich wechsle täglich mein Auto. Verstecke mich wie scheiße. Und jetzt war ich gerade einfach nur tanken und die haben mich da einfach beobachtet. Und die haben keinen Grund irgendeinen Motorradfahrer anzuhalten. Wissen Sie, was ich meine? Ich bin da ein bisschen in viel verwirrt. Ja. Aber zum Glück, Asian ist vorrangig. Ihnen ist nichts passiert, ja? Ja. Wir haben halt am PD auch nicht abgelassen. Wir sind da auch über Bordsteinen gefahren und was weiß ich. Das war denn kacke geil so. Ja. Würden Sie mir da mal kurz Ihren Ausweis zeigen? Natürlich. Bitteschön. Jawohl. Herr Mohr. Konnten Sie irgendwelche Personen davon identifizieren, wenn Sie schon mal dazugehörig waren? Ja. Das, äh, der Van gehört, äh, Malcolm. Also der SUV. Malcolm heißt er, ja. Ja. Nachname weiß ich gerade nicht, äh, und ne Manchester hatten die Blauen nur eine, die gehört Aliyah, aber die ist ein Kerl gefahren. Also gehe ich mal davon aus, dass es ihr Freund war. Das müsste der Tony Breston gewesen sein. Er hat mir auch ganz halt hinterher geschrien, dass ich hier anhalten soll. Okay. Gut. Dann habe ich schon mal so notiert. Und die haben Sie bei der Tankstelle, wir sehen, und haben Sie dann daraufhin verfolgt, oder? Nein, eigentlich, ich war am tanken, der SUV ist daran vorbeigefahren, ist aber plötzlich angehalten. Und dann kam halt schon mit manches dazu und dann bin ich halt abgehauen. Ja, und gucken Sie sich die Schrottkiste immer an, wie schnell die gerade mal fährt. Ja. Ich verstehe es halt nicht. Die wollen mich halt, äh, tot sehen. Ja, das ist natürlich nicht schön. Ähm, haben Sie jetzt irgendwie den Ort, wo Sie sich hinbegeben können, wo Sie sicher sind? Na, ich bin, denke ich, nicht übel. Ich denke mal, ich bin nirgendwo sicher, man. Die jagen mich. Mehr als einmal am Tag meine Karre wechseln kann ich nicht. Wie oft soll ich mich noch umziehen? Wie oft soll ich meine Karre verschrotten und neue kaufen? Ja, das einzige, was wir Ihnen natürlich anbieten können, ist eine Schutzhaft. Äh. Die Schutzhaft würde ich akzeptieren, wenn ich die Knarre mit in die JVA nehmen darf. Äh, das gestaltet sich allerdings sehr schwierig. Die werden Ihnen vom Personal automatisch entzogen, da können Sie nichts machen. Ja, und was ist, wenn ich die vorher in ein Auto lege und, äh, die mit der Karre reinfahren und mich kurz rausholen und ich sie wieder rausnehmen darf? Äh, gestaltet sich, glaube ich, schwierig. Wenn die mitbekommen, dass sich in der JVA haben und die sich dann, keine Ahnung, irgendeine Scheiße bauen und absichtlich in den Knast zu kommen und mich dann dort zu Tode prügeln, was mache ich denn dann? Ja, alternativ, wir können Ihnen die Schutzhaft bei uns im LSPD anbieten noch. Äh, solange da so... Kein großer, äh, keine große Nachfrage nach Zimmern besteht, sag ich mal. Äh, da müssten sie dann auch nicht um ihr Leben fürchten, dass die da irgendwie reinkommen. Ist jetzt schief da? Aktuell noch nicht. Aber wenn wir Glück haben, dann, äh, kommt er in der nächste Zeit. Wir können das dann direkt mit ihm auch weiter dann... Wir wären dann ja auch sofort vor Ort, ne? Ja. Äh, jetzt muss ich halt erstmal wieder umziehen. Wieder eine neue Karre besorgen und ich habe keine Kohle mehr, man. Kann halt auch nicht arbeiten gehen. Das mit dem Geld für die Klamotten, das kann ich machen, das ist ja kein Problem. Wir würden sie dann einfach in unser Fahrzeug setzen und mit ihnen dann gucken, dass wir einen ATM anfahren, dass ich jemand Geld gebe. Ah ne, Klamotten sind das kleinste Problem, aber ich muss halt wieder das Fahrzeug wechseln. Weil die jetzt wissen, dass ich mit dem unterwegs bin. Das ist ärgerlich, ja. Vielleicht kann ihnen unser Chief da auch irgendwie, äh, staatliche Unterstützung geben oder sowas. Ich weiß es nicht. Das können sie dann ja am besten mit dem machen. Ich denke mal, die zwei sind bekannt. Ihr Chief will aber erst ne fucking Mail mit allen Informationen über den Blauen von mir haben, sonst interessiert ihn mein Leben gar nicht. Hm. Das ist leider ne Sache, die sie mit dem Chief machen müssen. Da kann ich mich nicht einmischen. Haben sie deswegen schon mal mit dem Chief überhaupt gesprochen? Ja, dreimal vielleicht, viermal. Und er hat ihnen das genau so gesagt, dass er genau so ein Formular möchte? Er hat gesagt, ich soll ihnen alle Informationen, die ich habe, über die Blauen per Mail schicken und dann können wir nochmal reden. Ja. Und er weiß auch, dass ich umgebracht werden soll. Das habe ich ihm nämlich auch gesagt. Ich glaube, Grad war wieder das beste Beispiel dafür, dass ich euch nicht verarschen möchte, Mann. Ja, ich habe kein gutes Vertrauen in die Polizei durch gewisse Aktionen, die ihnen sicherlich vielleicht bekannt sind. Ja, aber... Ist halt jetzt der letzte Weg, Mann. LSD-Notrufzentrale Gruppe am Apparat. Ja, hallo, Dr. Rusewski hier. Ja, bitte. Wir haben jetzt den dritten Todesfall. Oh. Ja, ich würde sie dann bitten, da mal herzukommen und das nochmal alles abzuwickeln. Äh, ja, das dauert noch ein klein bisschen, so fünf bis zehn Minuten, dann wären wir aber da. Alles klar. Ja, sie wissen Bescheid. Jawohl. Bis dann. Ciao. Zum Fickfolgen, die wir jetzt mit dem Motorrad. LSD-Notrufzentrale Gruppe am Apparat. Ja, nochmal. Also, die... Ich sage mal, Bekanntschaft von den Hunters wurde nicht so gut aufgetragen. Hier stehen schon Leute mit gezogener Waffe anscheinend. Und die würde sie bitten, sich jetzt zu beeilen. Wir sind sofort sofort. Noch ist zwar nicht los, aber er hat ja die Waffe schon draußen. Jopp. Gut, danke. Ähm... Kurzhafte der JVA würde ich akzeptieren, wenn ich meine Schrotflinte mit reinnehmen darf. Ich muss kurz dazwischen, Gretchen. Sag mal, haben die dich gesehen, wie du hierhin gefahren bist? Äh, dürfen mich nicht gesehen haben, wieso? Am besten, äh... Schaust du mal, dass du dich jetzt kurz irgendwie... Oder steig mal mit bei uns ein, aber du musst gleich auf jeden Fall sitzen, weil wir müssen sofort zum Krankenhaus. Dein Fahrzeug lassen wir erstmal hier. Kleppen Sie es ab, Mann. Machen Sie es selber. Jawohl. Und zwar, äh, Kollegin. Bei denen der Fallschirmspringer-Aktion irgendwie, da sind Bekannte wohl und die stehen mit gezogenen Waffen vorm Krankenhaus. Aktuell noch keine Bedrohung gegenüber den Medizinern, aber wir sollten auf jeden Fall mal hin. Wow. Hat da was gekauft? Jo, keine Ahnung. Sind Leute mit gezogenen Waffen am Krankenhaus? Wieso da ist der Mann? Ich weiß es nicht. Wir bleiben dann bitte im Fahrzeug. Aber ich habe ja keine andere Wahl, Mann. Ja, ich weiß ja trotzdem nur nochmal drauf hin. Mit denen kann ihnen eigentlich nicht viel passieren. Jo, Hanni. Äh, ich habe gerade andere Probleme. Ich melde mich später, ja. Ah, die haben mich äh, komischerweise fast gefunden. Ah ja, ich sitze gerade, äh, Sicherheit. Keine Sorge. Ich melde mich später. Jo, bis Deine. Ein guter Rat von mir wäre auch noch, ähm, egal wie dick ihre Freundschaft mit demjenigen ist, mit dem sie gerade telefoniert haben, verraten sie niemals, wo sie gerade sind. Ah, ich treffe mich mit niemandem. In der Zentrale Köpers. Jo, Herr Köpers Brandt hier. Äh, gehen Sie mal davon aus, dass der Shop in Sandy Shores in den nächsten Momenten auskommen wird. Haben Sie sich da keinen Kopf? Okay. Ich habe mich mit niemandem bis jetzt getroffen. Ja, ich bin ja Prozentig, aber da war gerade was sehr offensichtliches. Alles klar. Ja, Moin. Moin. Äh, vier Personen hinten im Shop. Tschüss, bis dann. Vier Personen davon, äh, mindestens einer bewaffnet mit einer Schrotflinte. Hatte die eben schon draußen, äh, tägliche Bedrohung. Ähm, ich weiß nicht, was mit den anderen drei Leuten ist. Die sind hier vorne hinten im Shop. Weigern sich, äh, unseren, äh, Anweisungen irgendwie Folge zu leisten. Und dann hatte ich die Schrotflinte am Kopf. Übernehmen Sie die Führung, Sven? Ja. Ich glaube da, der fordert eine strenge Hand. Welche waren noch jetzt hier vorne die Wacke da rettet? Äh, so wie ich verstanden habe, ja. Was soll mit denen? Die sollen weg oder was? Wahrscheinlich hat einer mit einer Schrotflinte den Messiner bedroht. Ah, ja. Hm? Der ist wohl tot. Was? Sie gehören hier zu den Patienten oder was? Ja, nicht direkt, Mann. Ich war mit denen unterwegs. Ich kenne die aber erst seit gestern. Also, äh, ich weiß nicht. Aber sie jetzt gerade die Meldung bekommen haben mit Schrotflinten und sowas. What? Schrotflinten? Ne. Okay. Aber die sind halt ein bisschen aggressiver vielleicht, Mann, weil ihr Kollege da gerade gestorben ist. Aber Schrotflinte habe ich hier nicht gesehen, Mann, das ist Bullshit. Okay, alles klar. Äh, danke erstmal, ne? Oh. Bring doch mal eine Erfahrung, wer das war. So, welche der Herrschaften war das genau mit der Schrotflinte? Als erstes drin. Äh, das war, wie hieß der erste, der da rein ist? DJ, Deshaun Jackson. Deshaun Jackson, der hat die Schrotflinte auf sie gerichtet, ja? Der, der hat die Schrotflinte... Auf mich nicht, aber auf den, auf den Herrn Miles anscheinlich, genau. Auf mich, ja. Ja. Er hat die Schrotflinte gezogen und gesagt, wenn du dich hier nicht gleich verpisst, äh, ne? Ja. Deshaun Jackson. Jawoll. Äh, der Herr mit der Schrotflinte war Deshaun Jackson, hat die auf den Mediziner gerichtet und gesagt, wenn du dich hier nicht verpisst, dann passiert was. What up, Hayes? Flipst du? Blau? Bitte? Äh, Ausweiskontrolle einfach. Ja. LSPD-Notrufzentrale Kürbos. Hallo Kürbos, hier ist der Djinn, also ich bin der Janosch und hier bei mir ist der Djinn und der braucht einen Polizisten, weil er gerade überfallen wurde. Der Djinn, wo befinden Sie sich denn? Im Stadtpark. Im Stadtpark, jawoll. Äh, sobald wir eine Streife verfügbar haben, schicken wir sofort eine vorbei, ja? Kümmern Sie sich kurz um den, falls er uns einen Schocker-Transit braucht. Soll der Djinn sonst zum LSPD kommen? Oder da, das wäre natürlich auch super. Wenn Sie da in der Nähe sind, soll er sich da einen finden. Bist du da? Und, ne ich bin gerade nicht da, wir sind gerade auf einem Einsatz, aber wir kommen gleich auch vorbei. Okay. Ne? Gut. Wander, was geht ab? Jupp, aussehen. Hab ich leider keins, nur den Namen, der Sean Jackson. Okay, da drin liegt ein Toter, keine Ahnung. Äh, der wird ja schlecht eine Waffe auf den gerichtet haben. Jaja, aber da drin sind vier Leute und ein Toter. Die drei sind nämlich auch. Die drei Gehirn heißen auf jeden Fall nicht die Sean-Checks. Okay. Okay. Sehr gut. Dann frag ich mal da drinnen nach den Ausweisen. Wollen wir platzen den Kopf? Da ist dann schon wieder ein Anruf ohne Ende, Junge. Okay. Wer hat die Herrschaft denn? Hallo? Jo. Jo. Schönen guten Tag. Küppers hier, LSPD. Hallo. Wie kann ich helfen? Ich hätte gerne einmal von allen hier Anwesenden die Ausweise gesehen. Nacheinander. Ist das dein Ernst, Alter? Das ist leider mein Ernst. Ja, das ist so. Ein Kumpel von uns ist gestorben. Ja, das ist schön. Äh. Ja. Was ist das? Ja. Du hast mich gehört. Ich weiß nicht genau, warum ich hier bin. Und deswegen, ich hätte jetzt gerne einmal die Ausweise. Danach können wir alles weitere klären. Simdinen, vielen Dank. Der Nächste bitte. Haben Sie Ihren Ausweis zurück. Danke, Herr Müller. Das ist der Führerschein. Jawohl. Pass auch. Haben Sie hier zurück. Wir schauen, Jackson. Jawohl. Den Ausweis behalten wir mal kurz. Und Ihren auch gerne, bitte. Wie ist das denn? Na bitte, Herr Müller. Jawohl. So, Herr Jackson. So kommen wir bitte einmal mit uns. Wir müssen kurz mit Ihnen ein Vier-Augen-Spräch führen. Ja, mal schnell. So. So. Und zwar ist folgendes. Äh. Wird Ihnen zu Last gelegt. Sie hätten hier einen Mediziner bedroht. Und zwar mit einer Schrotflinte. Und hätten diesen ausgefordert, die Räumlichkeiten zu verlassen. Ansonsten würde was passieren. Ich hab gesagt, du sollst dich überpissen, ja. Richtig. Mit einer Schrotflinte. Nee. So. Herr Jackson. Wenn Sie mir Nein sagen oder der Mediziner sagt mir, das ist so. Da habe ich alle, ne, ganz viel. Ah. Ich glaube an die Mediziner. Deshalb würde ich Sie einmal bitten, die Hände zuheben, sich zur Wand zu begeben. Und ich werde ihre Taschen suchen. Und gucken, ob sie nicht Rotflinte mit sich führen. Ja, natürlich habe ich eine dabei. Also. Klar. Habe ich immer dabei. Jawohl. Jut. Die Hände bitte noch einmal oben lassen. Dann sind Sie hiermit vorläufig festgenommen, bis wir alles weitere erklärt haben. Wir werden Sie jetzt gleich mit auf das PD nehmen. Was bin ich bitte? Sie sind vorläufig festgenommen. Sie haben mich verstanden. Das ist nicht dein Ernst gerade, oder? Sie werden uns jetzt gleich auf das PD nehmen. Das ist nicht dein Ernst gerade, oder? Das ist mein Ernst. Sie sind. Da haben Sie mich nicht verstanden. Aber. Spräche ich eine andere Sprache oder so? Ja. Natürlich. Ja. Deswegen bin ich dann festgenommen. Wegen dem Tatverdacht, dass Sie hier eine Mediziner mit Ihrer Waffe bedroht haben. Ja. Ich habe Nein gesagt. Ja. Wir haben aber jetzt Aussage aus. Wir werden alles weitere überprüfen. Sie haben die Schrotflinte dabei. Das ist für mich Beweis genug, Sie hier jetzt vor Ort festzunehmen. Ja. Kommen Sie mit in Gewahrsam zu. Ja. Alles gut. So. Äh. Jungs. Ich komme später wieder. Ähm. Jetzt haben wir ein kleines Platz Problem. Ja. Ich äh. Bleib vorerst noch mit dem hier. Wenn ihr wollt. Ähm. Ich müsste kurz mit euch noch mal quatschen. Äh. Jawohl. Ich werde hier bleiben. Ich packe mir da vorne meine Privatkarte und dann komme ich runter. Okay. Wir haben auch einen PD, der wohl überfallen wurde. Äh. Ich will da abchecken, inwieweit der mit unserer Person im Fahrzeug involviert ist. Alles klar. Jawohl. Später da mal regeln dann mal. Ja. Jawohl. LSPD-Notrufzentrale Köp-Boss. Schön gut. Tag. Ja. Was ist denn? Da bitte in... Oh. Warum hat der dann? Da bitte mitkommt. Äh. Sie fragen die anderen Seite. Wer sind das? Äh. Warten Sie nochmal hier draußen. Moment. Auch einen, der uns begeistert. Wann haben wir da am PD? Der MPD steht halt im Anzug, der die Leute nervt mit, äh, mögen sie die Polizei und... Äh. Äh. Wir sind jetzt gleich vor Ort. Wir kümmern uns darum, ja? Ja. Ich wollte Ihnen um Bescheid zeigen. Ja. Vielen lieben Dank. Peace. Tschüss. Wir fahren sofort los. Der fährt mit, äh, Spence mit. Ah. Okay. Ja gut. Dann mache ich hier einmal wieder die Türen auf. Helft ihr raus. Super. Einmal bitte hier warten. Da jetzt ein Momentchen hier los. Was geht ab? Los Fleischhoss. Hör mal, wenn der mir ein, äh, Mediziner mit einer Shotgun bedroht, dann... Kann ich irgendwie weiterhelfen. Tut mir das auf... Kein bisschen leid, wenn sein Freund da... Äh, der kommt mit uns mit, ja. Irgendwie. Ne? Gestorben ist. Sonst noch was? Ne. Alles gut. Alles klar. Äh, dürfte ich hier gerade mal... Glauben wir mal ganz kurz sprechen? Ja. Kommen Sie ein Stück auf Seite hier mal. Sie waren der Herr Aslan, richtig? Ja. Ich gehe mal stark davon aus, Sie waren gerade da drinnen auch vor Ort. Ja, gerade eben. Richtig. Ja. Äh, Edward, ist er Ihr Freund? Äh, links. Richtig. Ja. So. Äh, ich spreche mit Ihnen jetzt mal Tacheles. Ich finde das nämlich ja nicht lustig. Und zwar wird ihm zulass... Ja. Wird zulassig, er hätte gerade eine Mediziner mit einer Schrotflinte bedroht. Und ihm gesagt, er soll die Räumlichkeit dann verlassen, sonst passiert was. Er sagt zwar, er hat das nicht gemacht, aber alleine die Tatsache, da der eine Schrotflinte mit sich führt, und ich schätze nicht, dass der Mediziner das irgendwie, ne, Röntgengerät in den Augen hat. Steht der Tatverdacht im Raum, und das ist für mich Beweis genug, den Herren jetzt mitzunehmen. Ja. 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 Das ist ja wirklich nicht lustig. Sprechen Sie mit Ihren Freundinnen da drinnen, bringen Sie vielleicht eine Erfahrung, ob da wirklich was passiert ist, und wenn das so sein sollte, dann gucken Sie das zu Ihrem Freund sagen, dass der das besser zu gibt, weil sonst werde ich böse. Ich verstehe da keinen Spaß, wenn die Mediziner bedroht werden. Okay. Gut. Dann einen schönen Tag, Herr Asser. Gleichfalls. Ciao. Ja, mach dir schon mal einen Abflug, ich beantworte dir noch Fragen, wenn ihr noch Fragen habt. Achso, ich dachte, du wolltest der Ding jetzt mitnehmen, der Typ, und da blieb ich sie hier. Allein. Ne, ich packe gleich eine Privatkarre und dann komme ich zum PD. Mit dem Verdächtchen, oder nehmen wir mir den mit? Ne, nehmt da alles mit. Okay, danke schön, das hatte ich falsch verstanden. Okay, alles klar. Ich hab nix zu sehen, echt. Gut, wir nehmen den vorerst doch mit. Herr Küppers, wie sieht der Plan aus? Dass wir sie jetzt vorerst mitnehmen. Ja, in dem Auto, in dem anderen? In dem Auto, richtig, ja. Jetzt doch hier drin. Richtig, wir müssen das hier ganz nochmal unbarnivieren. Ah, dann let's go. Und du bist ja jetzt ganz sicher, dass das nicht passiert ist? Also, ich bin da rein. Als ich dem, ne, keiner wollte mir sagen, was mit dem los ist. Dann bin ich da rein, um zu gucken, was los ist. Und dann kam der Mediziner und wollte mich festhalten. Hab ich gesagt, der soll sich auch pissen. Und, äh, ja, dann ist er wieder gegangen. Und naja, ne, 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 hat mich auch gefeuert. Hat er noch gesagt, dann muss ich jetzt das LSPD rufen. Hab ich gesagt, ja, gut, dann viel Spaß dabei. Und dann ist er abgedampft und hat telefoniert. Und die Auseinandersetzung war ausschließlich verbal, ja? Ja, ich hab den nicht angegriffen oder gar nix. Sie haben den auch nicht mit einer Schusswaffe beruht? Ne, warum sollte ich? Der ist ja eh nicht bewaffnet. Ja, warum sollte der Mediziner mir sowas erzählen? Und, äh, weil das wäre nicht eine Sache, dass ich dafür ein paar Zeugen habe. Ja, dann ist immer noch Aussage gegen Aussage. Also, ich glaube nicht, wenn, äh, mehrere Leute das bestätigen, was der Mediziner aussagt, dass da immer noch Aussage gegen Aussage ist. Okay, und wie sie werden das bestätigen können? Zudem haben wir das Indiz, weil sie das gesehen haben sollen. Ach so, durch einen Vorhang und durch eine geschlossene Behandlungsraum. So, mal hinten. Haben wir etwas gesehen. Das ist natürlich interessant. Zudem haben wir das Indiz, dass sie die Schusswaffe mit sich werden. Ja, machen wir auch. Ja, fahr mal hinten rein, bitte. Okay. Ich sag ihnen nur meine Aussage und dann können sie einen Gerichtstermin anberaumen und da wird es geklärt. Was geht ab? Oh. 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 So. Wir können dann auch erstmal aufsteigen. Kommen sie einfach mit hinten rein, erstmal. So, rechts ist offen. Äh, okay, warte. Ah ja. Ah, ich bleib erstmal hier stehen. Äh, ja, wenn sie wollen, können sie auch schon mal in die erste Zelle gehen. Ganz hier vorne, direkt. Ich bleib lieber erstmal hier stehen. Ja? Gut. Äh, die Türen sind, ich verschließe sie trotzdem erstmal. Das heißt, sie kommen hier aber auch erstmal nicht mal raus. Ja, sie dürfen halt nicht vergessen, dass der Typ, den sie da gerade eingepackt haben, der Tätowierer ist der direkt bei dem blauen Bund, ne? Gut, das äh, wusste ich so nicht, ich kenne ihn wie gesagt nicht, ne? Also, ähm, ich werde mir jetzt alles in Erfahrung bringen. Dann bleiben sie erstmal hier. Vielleicht ist das besser. Jo. Aussage gegen Aussage, alter. Mediziner bestätigt das. Ja, klar. Alles klar. Ah. Hat mein Kollege die Sachen schon beschlagnahmt? Äh, ne. Ne. Ähm, den Schlagring... Ja, genau, das, also, das ist kein, das ist so ein Erbstück, das ist ein Zierring, also er ist nicht zum Schlagen. Den würd ich gern behalten. Kollege? Oder stell dir drauf. Machen wir das? Machen wir das? Der Schlagring, das ist ein Schmuckstück, das ist ein Erbstück. Machen wir das? Machen wir das? Machen wir mit dem hier rein, ne? Na, Stelle 53, komm. Ja, okay. Da brauchen sie keine Angst. Dann, ähm, dann nehm ich den Baseballschläger, die 50er, die Shotgun, und, äh, ja, mit einem Fallschirm, den nehm ich mal mit, nicht dass sie sich da an die Seile irgendwie erhängen oder sowas. Äh, ich hab keinen Fallschirm dabei. Ähm, okay. Ich hab da jetzt aber sowas gesehen wie so ein Fallschirm. Ne, also, hab ich keinen. Oh. Buds. Was ist denn das denn? Bitte? Riecht ein bisschen komisch. Was denn? Ich hab akustisch nicht verstanden. Ein Bud. B-U-D. Schon mal gehört? Anstelle von der 53 kommen. Ja, klar. Ja, also, meiner Meinung nach riecht das stark nach Marihuana. Ja, es ist sogar Marihuana. Haben sie einen davon dabei, ne? Ja, wir brauchen. Äh, jawoll, wir kümmern uns gerade unter meinen Zeilen um etwas. Äh, ich reise dann sofort ein. Ende. Kommen wir wieder aus dir zu. Jut. Ähm, der Herr, den wir hier mitgenommen haben, M-hm. Er ist wohl auch ein Tätowierer, sagte mir unser anderer, äh, Kollege, den wir dabei haben. Der wohl in dem Gebiet der Blauen auch aktiv ist, also, die wohl da wohnen, wo er tätowiert. Nein. Nein. Heißner Möglichkeit, die zwei auch weit auseinander halten. Ja. Äh, ich bring dich mal in das Bild. Unser Kollege, der da in der Zelle sitzt, hat eine Mediziner mit der Schrotflinte bedroht. So die Aussage mehrerer Mediziner. Jürgen, haben Sie vielleicht ein Wasser für mich? Äh, Mess oder Kurt, Hamza? Ja, ich mach das. Danke dir. Okay. Und, äh, da hing er hinter der Tür. Quasi im Zwischenraum da. Da haben wir einen stehen, der ist bei dem Blauen wohl ausgestiegen. Und der wurde eben von zwei dieser Mitglieder verfolgt. Okay. Und, äh, ist jetzt gerade in Schutzhaft. Wird allerdings gerne in die JVA verlegt werden, so wie ich das verstanden habe. Aber nur, wenn er seine Schusswaffe dabei haben darf. So, dass sich das allerdings ein bisschen schwierig gestaltet. In der JVA Schusswaffe, das geht nicht. Deswegen. Ja. Haben wir den jetzt erstmal mitgenommen, weil, äh, nicht dass der da um sein Leben fürchten muss draußen. Ja, alles klar. Wenn er schon verfolgt worden ist. Wie wir mit dem weitermachen, ich würde dann Sie übergeben, dass Sie ein bisschen erfahrener sind. Ja gut, da können wir jetzt erstmal nichts machen, außer ihn hier unten sitzen lassen, wenn er Schutzhaft haben möchte. Denn JVA mit Waffe geht nicht. Wenn er ohne Waffe in JVA möchte, du was kriegst. Moment, Notruf. Ja. LSPD-Notrufzentrale, Küppost. Ja, hallo. Josh Solomons hier. Äh, ich bin hier oben gerade in Sandy Shorts, in diesem, äh, in diesem kleinen Supermarkt da. Ja. Hier ist gerade ein Auto weggefahren und jetzt als ich hier reinkam, der Typ hier, der Verkäufer, äh, der hält die Arme ganz hoch. Okay, was für ein... Ich bin ein bisschen geschockt. Was für ein Fabrikat? Konnten Sie das sehen? Äh, das war, äh, diese schwarze rostige Karre da, die da nichts kostet. Ich weiß ja nicht, ich weiß den Namen gerade nicht. Emperor? Ja, genau. Emperor, genau. Da waren zwei Leute drin. Die hatten so ein weißes Tanktop an. Gut. Moment, ich notiere das mal eben. Weißes Tanktop, ja? Ja. Ja. Also auf jeden Fall ein weißes Shirt. Ich habe den einen nur kurz gesehen, als er wieder eingestiegen ist. Der hat auf jeden Fall einen Tanktop an. Ja. Und der andere hat aber auch irgendwas Weißes an. Äh, konntet ihr sonst irgendwas von den Tätern, äh, erkennen? Die sind sofort gefahren, als ich hier ankam. Die sind sofort gefahren. Gut, ähm, ihr Name war? Josh Solomons. Josh, ja? Ja, genau. Jawohl. Äh, ich nehme das dann so auf. Sollte man Rückfragen haben, dann würden wir sie einfach kontaktieren. Hast du denn auch noch? Natürlich. Jawohl. Alles klar. Bis dann. Tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü sein, so wie sich das anhört. Die scheinen wohl nach seinem Leben zu trachten. Das wäre dem Chief wohl auch bekannt und so. Dann davon auch schon mal was ihr holt, aber mehr wie den jetzt hier den Schutzhaft in einer Zelle von uns im PD zu nehmen, kann ich ihm leider nicht anbieten. Ne, mehr können wir auch nicht machen. Ja. Gut. Also mehr können wir tatsächlich auch nicht machen. Dann machen wir das. Ja hier, dann würde ich vorschlagen, wartet auf den Chief oder ist es dann schief und dann sollen die da weiter gucken. Also mit der Waffe in der JVA, das geht nicht. Das machen wir nicht. Richtig. Also ganz ehrlich, was da passieren kann, das ist... Ah. Ne. Auf keinen Fall. Er hat vorgeschlagen, dass er seine Waffe bei sich ins private Fahrzeug rein tut, weil er möchte es halt nicht komplett abgenommen haben, ne? Ja, das kann er ja machen. Der Vorschlag war eigentlich, dass er das in dem Fahrzeug zwischen Lared und mir dem das in der JVA bringen, aber das halte ich auch für Schwachsinn. Also... Nein. Eben. Wer weiß, ob der da drin nicht irgendwie offene Rechnung hat und da irgendeinen umbringen möchte. Ja. Das meine ich nämlich auch. Also ganz ehrlich, wenn wir jetzt anfangen, Waffen in die JVA zu schmuggeln, für die, äh... Ne. Ah, ah. Eben. Soll er auf den Chief warten und den Rest mit ihm klären. Genau. So lange würde ich ihm dann da vorne das Zimmer fertig machen, ganz am Rand. Ja. Da können sie am schlechtesten einsehen, wenn hier mal einer reinkommen sollte. Und was ist mit dem Typen da? Das ist der mit der Schrotflinte oder was? Ja, das ist richtig. Da ist der mit der Schrotflinte. Hat er den schon verklackt? Äh, noch nicht. Wir haben jetzt die Aussage der Mediziner und wir müssen jetzt mal gucken, was wir mit dem machen. Anscheinend hat der Kollege, hast du Rauschgift gefunden bei dem? Äh, ja, ein Butt habe ich gefunden. Ja, haben wir da auch noch. Also verknacken tun wir den auf jeden Fall. Ich verstand da keinen Spaß, wenn da Mediziner bedroht werden. Ja, richtig. Also wenn das Ding schlüssig ist und da mehrere Leute unabhängig voneinander sagen, dass der das war, dann, äh, fällt nicht auf das, ähm, fällt nicht genauso auf der Schnauze wie ich. Ich, ähm, hab seit der Einführung dieses neuen Rechtssystem bin ich auch, äh, äh, schon auf der Schnauze gelandet, dass das nur zu lange gedauert hat. Ähm, lernt daraus, sagt euch, lasst euch gesagt, sein, äh, 60, dass er das möglichst schnell erledigt, ne? Ja, wir machen das jetzt sofort fertig. Ich mach dem einen jetzt das Zimmerchen fertig und dann, äh, du kennst schon mal eine Fallakte aufmachen, ne? Mhm. Wegen, äh, Paragraf 29 bedrohen mit Schusswaffe. Ja. Und, äh, einmal wegen Besitz von Rauschgift, so. Weißt du dann von mir aus, wenn du möchtest, der Staatsanwalt? Mhm. Dann hast du das nämlich auch schon mal. Und, äh, ich mach dann am Ende nur das Ding ist so. Okay. Perfekt. Alles klar, ich bin erstmal oben, ja? Ja, ich hab euch zwei dann eine Streife zugewiesen. Äh, schon mal? Wir beide, ja? Richtig, Streife 2. Gut. Alles klar. Achso. Ich wollte jetzt ein bisschen mit mir ums Benz unterwegs, aber wenn er dann nochmal von einem höherrangigen nochmal was dir beigebracht bekommt. Ja, alles gut. Vielleicht haben wir diesmal ja auch ein bisschen mehr Zeit, ja? Ja. Ähm, ansonsten hier, Jupp, schön dich mal wieder zu sehen. Freut mich. Ja, mich auch, ne? Ja. Na gut, viel Spaß erstmal, ne? Ähm, ihr beide macht das Ding jetzt noch hier fertig oder soll ich den schon mitnehmen? Äh, ich brauch ihn nur ganz gut als Staatsanwalt und dann wäre er sofort wieder frei. Ja, du, dann macht das in Ruhe fertig. Ich, äh, guck mich oben mal kurz in Ruhe um. Alles klar. Bis nachher, Lüge, ne? Alles klar, ich hin. Ciao, ciao. So, Herr Jackson. Ah, ja, bitte. Ähm, wir machen jetzt die Anklage fertig. Danach würden wir die Ihnen vorlesen und Sie haben dann nochmal die Möglichkeit... Erst denn, wenn Sie erstmal eine Aussage aufnehmen. Moment, ich würde... Lassen Sie mich zu Ende sprechen, erklärt schon alles. Ähm, wir werden Ihnen die Anklage dann vorlesen und Sie haben dann die Möglichkeit, sich dazu zu äußern. Und, äh, das Ganze... Das heißt, ermitteln tun Sie jetzt nicht. Doch, wir sind am ermitteln. Wir haben jetzt unsere... Was soll man denn groß noch ermitteln jetzt? Ja, eine Aussage zum Beispiel aufnehmen. Das kommt ja dann in der Verhandlung. Ne, das müssen Sie vorher schon machen. Das gehört mit zur Ermittlung. Ja, gut. Ähm, weißt du das dann schnell, Hamza? Ja, kann ich auch noch machen. Dann mache ich nämlich das Zimmer da fertig. Der wartet nämlich auch schon. Ich muss nur ganz kurz auf mich warten. Ähm, wir müssen noch kurz für kleine... Okay, dann laden Sie doch bitte auch die anderen fünf Zeugen von mir vor, die sagen können, dass ich das nicht gemacht habe. Gut, Herr Moor. Ich habe jetzt gerade noch mal mit einem höherrangigen Officer gesprochen. Ja. Das mit der Schusswaffe in der JVA können wir leider nicht machen. Das, äh, wird unter keinen Umständen funktionieren. Das Einzige, was wir jetzt vorerst für Sie machen können, ist halt, wie ich Ihnen schon gesagt habe, wir machen Ihnen die erste Zelle hier fertig, als Schutzhaft. Äh, da wird Sie auch keiner sehen. Sie sind da ganz weit weg von den Blicken, von den Leuten, die hier reinkommen. Ähm, das werden alle Officer darüber unterrichtet, dass da keiner in die Nähe kommt von Ihnen. Und Sie auch keiner zu ihr Sicht bekommt. Und, äh, dass Sie dann warten, bis Sie den Chief sprechen können. Ich werde mir dann, sobald der Chief ansprechbar ist, den, äh, Marine gucken lassen. Äh, habe ich gerade eine andere Wahl? Sie können, äh, sich frei bewegen, quasi. Das Einzige, was wir von unserer Seite machen können, ist die Schutzhaft. Ob Sie das in Anspruch nehmen, ist Ihre Sache. Wir können natürlich auch hier rausgehen und, äh, Ihrem Leben nachgehen. Ja, meinem Leben nachgehen wird, glaube ich, wieder ein bisschen schwierig. Ja, das meine ich nämlich auch. Ja, dann, dann machen wir das erstmal so. Aber ich kann jederzeit mich umentscheiden und rausgehen, oder? Ja, sicher. Das ist ja keine Festnahme, das ist eine Schutzhaft. In Ihrem Interesse. Sollten Sie da irgendwie nicht mehr weiter in der Haft sitzen wollen und wollen doch wieder, ne, gucken, dass Sie sich selber irgendwie in Sicherheit bringen, rufen Sie einfach die Leitstelle an und wir lassen Sie dann sofort raus. Okay, dann weiß ich Bescheid. Sind Sie Lebensmittel technisch versorgt? Ah, ja. Gut, sollten Sie etwas brauchen, äh, rufen Sie einfach die Leitstelle an, dann erwischen Sie mich. Ja, mach ich. Und, äh, wir sind dann sofort hier. Spätestens zwei, drei Minuten dauert das dann. Ah, okay. Gut. Ihre Gegenstände lasse ich mal bei Ihnen. Aber die Zugänge werden auch alle abgesperrt, nicht, dass Sie, wenn das Pili da ist, jetzt hier reinkommen, oder? Das ist richtig. Die sind immer verschlossen. Okay. Machen Sie sich da keine Sorgen, da treffen wir höchste Sicherheitsvorkehrungen. Oh. Gut. Dann, äh, bis dann, Herr Mohr. Bis dann. Uff, Vape, Alter. Zu viel. Ich kann nicht mal mehr Chat achten. Zu viel. Alles um mich herum explodiert. Hilfe. Bitte. Hallo. Uff. Oder, uff. Und hast du ja die Aussage von dem? John Jackson. Opfer muss ich jetzt noch gucken. Der Mediziner heißt. Erstmal hier. Äh, einmal Paragraph 29. Wer eine Schusswaffe ordentlich, ne. Sichtbar mit sich führt. Äh, wer jemand mit einer Schusswaffe bedroht. Wirst du mir da haben. Leitstelle 53, kommen. Leitstelle hört. Für Sie zur Information, ich habe gerade drei, äh, Rettungsmittel gesehen, die südlich am Stadtpark, äh, Richtung Südstadt gefahren sind, kommen. Äh, so verstanden, ähm, haben sie gerade den Spence hier im PD? Spence, bist du da? Ja, ja, dad, ich bin hier in der Karamik-Abteilung, das Ding hängt in der Schüsse, was ist los? Also, wenn er dann gleich Zeit haben, könnt ihr ja mal da so in die Richtung fahren, wenn er Lust hat. Jo, bitte, Rett, da. So. Ich will mal eine Aussage aufnehmen. Jawohl, ich begleite. So weit alles eingeführt sein. Jo, hast du noch einen Moment kurz? Ja, sicher. Mal kurz. Ja, bitte. Der möchte das jetzt hier unnötig rauszögern und hat gemeint, er möchte gerne, äh, dass seine fünf blauen Freunde, seine Schlümpfe, die da vor Ort waren, ähm, auch noch eine Aussage machen, dass er es nicht war. Ähm, gut, lassen Sie mich da mal kurz telefonieren, ähm, hat er gerade mit einem Herrn gesprochen, obwohl, nee, lassen wir das. Dann soll er seine Schlümpfe da holen, denke ich, oder? Wir machen eine Sammelaussage von denen auf, wenn die alle dasselbe sagen, und, äh, wir müssen dann auch die Mediziner befragen. Aber es sieht schlecht für den aus, wie gesagt, als der Mediziner, ähm, ne, Rechtstag ist eindeutig. Handy hast du dem nicht abgenommen, ne? Ne, hatte ich jetzt nicht. Ja, alles klar. Ja, dann sag ich dem, dass er die anrufen soll und wenn sie herkommt, dann kommen sie her, wenn nicht, dann nicht. Richtig. Jawohl. Aboh, Gekko, Aboh, Aboh. Ich habe mich nicht verletzt, ich habe mich nicht verletzt. Ich habe mich nicht verletzt, 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 ich habe mich 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 nicht verletzt, ich habe mich 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 verlet wo seid ihr ja wo seid ihr ja kommen alle rein wir sollen oben dann warten weil wir dann jeden haben bekommen lsbd notrufzentrale kürbhoff ich bin john miller hier er wollte ich habe gerade aus der sede vertreten nicht bezahlt ich würde vorbeikommen die sofort zahlen wollen das ist ja noch du können sie dafür ins pd kommen ja kann ich machen perfekt wenn sie da sind würdest du dann gleich ein officer entgegennehmen nehmen sie erstmal platz wir haben ja gerade ein bisschen was zu tun alles gut okay bis dann dankeschön tschüss die sind alle oben schon okay dann geben sie mir einmal bitte ihr handy wieder das würde ich ungern abgeben das ist kein wunschkonzert wenn sie irgendwas haben dann schreien sie einfach ist also wir können ihnen ja dann auch den ring quasi abnehmen also wir waren gerade eben nett zu ihnen dann erforderst du ein bisschen kooperativ dankeschön da muss ich geben das ist so ich komme dann gleich wieder wenn ich die aussage von ihren kollegen habe bis gleich halt jetzt länger für ihn ne ja ist der sie problem ne ja also ich werde gleich die mediziner die aussagen aufnehmen und dann sagt er ganz ehrlich können wir das wirklich so machen dass wir dann sagen okay die aussage der mediziner legen wir einen höheren wert drauf als die von denen jetzt das müssen wir jetzt gleich abwägen ne je nachdem vielleicht decken die sich ja auch nicht hier die leute so könnten wir letztendlich alle machen so 123 wie auch man kann ich machen gehen und der neben mir ja also sie alle fünf ja dann würde ich sagen kommt jeder einzelne mal mit mir mit machen wir das ganz schnell aber ich habe dann macht es eine aussage dann packen wir das in der sammeln aussage rein und dann wenn sie auch schon wieder gehen mit dem herrn hier in dem lokalen mit einzeln ja dann gehen wir irgendwann als wenn du dich jetzt verspricht meine monne so herr aslan war ja 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 kleine moment gut dann sagen sie mir mal was sie da gesehen haben ich stand bei auf dem gelände vom sikas wurde damals stand und dann wollten halt ein paar fallschirmspringen und als er dann hat sie nicht irgendwie aufgetaucht ist in der luft mal wieder zurückgefahren und dann gesehen schon da ist ein krankenwagen ja also wir können ruhig da anfangen wo sie im krankenhaus ankommen aber wir sind reingelaufen und sind dann direkt zu ihm gelaufen aber eine schrotflinte hat er nicht ausgepackt oder sonstwas hat mit denen geredet alles ganz normal aber er hat nichts rausgeholt zu wem sind sie gelaufen ja zu dem zum siegmund zu dem verstorbenen und da haben sie dann schon den herrn jackson getroffen ja der wird ja der stand auch schon da aber nichts keine waffe gesehen oder sonst was der hat da nichts ausgepackt waren auch mediziner dann vor ort es waren drei mediziner glaube ich waren da ich meine jetzt in dem zimmer in dem er sich befand bei dem verstorbenen im zimmer nicht die standen davor ich bin da geradeaus durchgerannt und wollte zu ihm gut haben sie dann uns mitbekommen wie der jackson sich mit der mediziner unterhalten hat hat er sich dann überhaupt mit der mediziner da unterhalten das weiß ich nicht ich glaube nicht ich habe halt nicht nach rechts oder nach links ich bin einfach nur geradeaus da durchgelaufen aber ich habe nichts von der schrotflinte oder so gesehen ist gottes willen ja und als sie da angekommen sind nur noch mal um sicher zu gehen war der herr jackson schon fort ja der war schon längst in dem zimmer ich glaube ja ich weiß es nicht mehr ich habe keine ahnung also sollten ja schon wissen wenn sie hier eine aussage machen wollen und ich stehe jetzt also wenn wir hier bei vermutungen und so anfangen dann weiß ich ja ungefähr wie ich ihre aussage vorjährig zu gewichten habe deswegen frage es jetzt noch mal haben sie den jackson sind sie mit dem zusammen dahin so dass sie sehen haben oder gemacht hat oder sind sofort eingetroffen als erzielt jackson sich schon in dem zimmer befand ich erinnere daran dass sie vorgericht oder dass sie eine wahrheit ist die nächste aussage treffen müssen aber wir müssen ja schon mit fakten arbeiten und nicht mit vermutungen ja ja klar es ist kein kavaliersdelikt ich sage dir ganz ehrlich ja ja klar und dass mehr rauschgift bei dem herren gefunden haben wirkt sich jetzt auch nicht positiv hinaus was ja alter so dann zurück zu meiner frage als sie da angekommen sind ich bin mit dem auto hingefahren habe geparkt und da bin ich reingerannt habe ich den team mit michael gesehen ja da habe ich noch im gedächtnis gut und die befanden sich im zimmer ja wo befand sich dann der herr de sean jackson zu dem zeitpunkt das ist eine gute frage der stand bei uns der hat sich ja aufs bett gesetzt danach sofort danach sofort wo war er dann davor ja mit uns da an dem unfallort das sind wir zusammen dahin gefahren so das heiße sind zusammen dahin gefahren in einem fahrzeug also ne also mit 23 fahrzeugen ich war aber dann hat sich da reingekommen bin und der sigmund da lag hatte jackson sich dahin hingesetzt hat er saß dann auf dem bett das weiß ich ja also ich habe mich reingekommen in der krankenhaus durchgerannt in der zimmer und als sie das zimmer betreten haben saß der de sean jackson schon auf dem bett ich kann sich echt 100 pro nicht mehr erinnern ob er schon da saß oder danach kam also gerade sagt aber ich kann 100 pro ja er war da er war schon da also ich weiß 100 pro dass er nicht mit einer scheiß waffe oder so wir waren ja beieinander ja nur wenn sie mir jetzt sagen jetzt müssen sie ja mal überlegen wenn sie den herrn de sean jackson schon in dem zimmer vorgefunden haben und das ganze hat sich davor zu ihr tragen hallo wird hier irgendwie was gebraucht warten sie dann hätte mir ja dann kann das durchaus möglich sein dass sie da keine schrotflinte gesehen haben das problem ist allerdings hat das davor hätte schon passieren sein können zu dem zeitpunkt wo ich im krankenhaus ankam und überall und da reingekommen bin habe ich keine schrotflinte gesehen genau aber wie gesagt da befand sich der herr de sean jackson schon in dem zimmer wir müssen ja eigentlich wissen als sie das zimmer betreten haben wir haben schon jackson nach ihnen ich habe auf den sorry officer aber ich habe auf den siegmund geachtet ich weiß auf jeden fall dass ich glaube ihnen dass sie darauf geachtet haben so sie können mir aber zweifelsfrei sagen dass sie den tim und den michael den sie gerade eben genannt haben dort sofort erkannt haben und jetzt sagen sie mir aber bei jemandem der verdächtig ist hat sie sich da nur ganz ganz grau erinnern können wenn sie so versuchen ihrem freund zu helfen sage ich ihnen direkt das wird so nicht um gottes willen gar nicht er hat wir waren beieinander die ganze zeit dann so waren da im zimmer die ganze zeit beieinander ja das heißt ja dann auf dem bild und mehr weiß ich auch nicht mehr kann aber nicht um irgendeinen scheiß zu erzählen oder so das ist das was ich mich noch erinnern kann alles dann habe ich schon so aufgenommen ich sage ihnen jetzt weil ich niedergeschrieben habe weil ich möchte hier nichts irgendwo reinschreiben ja ganz kurz tankstellen rechnung betrag weiß das ein kennzeichen an zwei tankstellen rechnung kann auch schlüssel ja wohl ich guck mal eben nach dem schluss also daher kann das kein zeichen ist so ein anhänger am schlüssel mit dran habe ja das kennzeichen auch noch dann sehe ich ja der müller war das ne ja ja 50 88 50 88 ja wo du bist meine rettung du bleibst bei meiner seite jetzt ja okay gut ich lese ihn hat jetzt vor einmal so krankenhaus rhein und sind dann direkt zu dem verstorbenen der jackson der schon jackson stand auch da im zimmer waren keine mediziner vor ort sie haben nicht gesehen wie er sich mit den medizinern unterhalten hat als rein rannten sahen sie den tim und michael eindeutig wir sind mit dem ja ich bin mit dem wir sind mit zwei drei fahrzeugen dahin und als ankamen war der schon jackson vermutlich schon im zimmer es hat so richtig daran wo ich mich noch erinnern kann ja gut ja alles gut wenn das so stimmt dann lass mal dazu stehen dann würdest du jemanden lassen aus der aussage und weil sie da nichts hinzuzufügen haben dürfen sie dann auch erstmal weiter ziehen ok danke also auf kupa folgendes was ist denn hier los also auf aldrich fest jung die mediziner rufe mich an hat dann typ die bedroht hat mit der schrotflinte und den gesagt haben sie sollen sich verziehen also es passiert was weil er zu einem verstorbenen wollte und die den aufgehalten haben jetzt sagt er allerdings hätte nie eine schrot flinte jetzt ohren die ganze mediziner bestätigen das er hat eine schrotflinte bei sich gehabt das ist für mich beweist genug zu dem haben wir raus richtig zu dem haben wir raus raus schiff gefunden wenn sie noch mal ein bisschen warten würden wir kommen sofort zu ihnen haben sie ein bisschen geduld ok rauch ich halt noch ein raus schiff haben wir auch gefunden bei der person die mediziner sagen geschlossen das aus jetzt hat er natürlich seine freunde gerufen die natürlich für ihn natürlich aussagen werden er war dann jetzt zum beispiel den ersten wer sich im raum aufgehalten hat dann aber auch schon da war werde schon jackson im raum und hat angeblich kein gespräch oder wurde kein gespräch mit den medizinern gesehen hat heißt für mich das vorher passiert also wer ist denn der herr der da die schrotflinte gezogen er hätte schon jackson steht unten ok also der ins krankenhaus gekommen sein und die medizinern mit einer schrotflinte bedroht richtig weil ein freund von denen ist beim fallschirmspringen verstorben die sind da rein wollten zudem die mediziner haben die auf gehalten und dann sagt der mediziner hätte er eine schrotflinte gezogen die ihm an den kopf gehalten und gesagt wenn du dich nicht verziehst dann passiert ja gut welchen grund hätten mediziner dazu lügen das ist nämlich auch mein dinge also dem zweiten finde ich dann nicht großflinte bei ihm was auch nicht für ihn ist für mich beweis genug also normal ist das beweis genug weil die mediziner haben keinen grund uns in der der sache da anzulügen und wenn der jetzt mit freunden kommen die für ihn eher aussagen als die mediziner da die eigentlich neutral sind und mit der ganzen sache nichts zu tun haben richtig das sind ja auch noch seine freunde das macht die aussage auch ein bisschen anders eben genau das dazu kommt der typ will das ganze ein bisschen in länge ziehen hat sich fünf zeugen und alles und weigert sich statt irgendwie zuzugeben hat nix gemacht ich würde ihm ganz gerne mal ich würde sagen ja ich würde das strafmaß ziemlich hoch ansetzen eigentlich nicht unbedingt maximal aber schon dass das weh tut und würde ich darum bitten dass du mir da so ein bisschen ist du hast mehr erfahrung können wie man mit so leuten umgeht wir machen ja ja gut also eine aussage habe ich jetzt können wir uns die zweite eigentlich abholen also der wer war das denn gerade der hier ausgesagt hat memo aslan was hat er jetzt ausgesagt also er kam da an er kam da an wollte zum verstorbenen ist direkt dahin gerannt der hatte schon dann vermutlich schon im raum grüß ich ich danke dir wunderbar ja kein ding der taträchtige stand vermutlich schon in dem zimmer dann er hat in dem zimmer keine mediziner gesehen so das heißt die waren schon verscheu ich für mich hat auch nicht gesehen wie er sich noch mal mit medizinern unterhalten hätte er saß nur in dem zimmer und also rein gerannt das hätte er aber eindeutig nur den tim und michael gesehen aber ob der johann jackson ist weiß er nur vage kann sich grau daran erinnern ob er da war oder nicht und also ankam war auf jeden fall vermutlich schon in dem zimmer ja bitte der kollege möchte sich über dich beschweren anscheinend hat er gemeint wer möchte sich beschweren müller heißt er glaube ich mit nachnamen michael müller weil du da einfach reingestimmt wirst und blabla und ausweisern sowas ich habe den dann erklärt dass es der soll ja dann soll er sich an albrecht oder greif wenden das ist nicht unsere aufgabe ja ich habe den dann gesagt ich gebe es so weiter aber ich behalte es jetzt einfach ich wollte sagen oder so und dann sollen die da eine beschwerde hinschicken oder so genau ich habe das dem jetzt noch mal erklärt also das muss die mailadresse musst du gar nicht aufnehmen alles gut ja alles klar dann befrage ich den nächsten und wie viel hast du schon befragt ich habe jetzt nur eine ich habe schon zwei michael müller und den adams ja dann gibt mal eine kurze kurze übersicht was sie ausgesagt haben beide das gleiche waren im krankenhaus haben sich da mit dem herr jackson getroffen der herr jackson ist wohl mit diesem verstorbenen der da drin ist befreundet und der hat den herr müller nicht den herr sei schon den mediziner nicht bedroht der herr müller hat wohl die ganze zeit auch einsicht auf den herr jackson gehabt also konnte sehen was er macht und hat anscheinend nie eine schrotflinte gezogen und der mediziner ist dann hals über kopf auf einmal rausgegangen und hat gesagt er hat eine waffe und ich rufe jetzt die cops was halt kompletter bullshit ist warum sollte der mediziner laut der aussage ja laut der aussage einfach so geht der da raus und sagt ich rufe jetzt die cops der hat eine waffe hat der michael müller ausgesagt ob der herr deshawn jackson schon in dem zimmer war als er eingetroffen ist er hat gesagt die sind da zusammen hingegangen zusammen komplett rein geschlossen ja 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 ich nehme mir dann mal den nächsten vor ja wir brauchen aber noch eine aussage von den medizinern denke ich oder ja auf jeden fall die ich hatte die da auch noch mal angesprochen die meinte also wir haben abgeklärt dass sie über telefonen erreichbar sind notfalls auch über die privatnummern okay wer war das denn eine mediziner war rusewski und der bedroht wurde es hieß malz oder so hat ende nicht dann schon nicht gut aber der rusewski war auf jeden fall vor ort schwierig sehr schwierig aber eigentlich ist die sache klar also wenn die mediziner da mit einer waffe bedroht werden und die schlossen aussagen die haben keinen grund dem da ans bein zu pissen die haben einfach keinen grund dafür das ist halt das und die hängen alle zusammen und wollen jetzt den dj da schützen richtig und wir haben jetzt noch ein problem und zwar sind das hier blaue wir haben ja unten einen schlossen haben müssen jetzt halt auch gucken dass das ganze ein bisschen zügig geht richtig wir haben aber unten einen auch in schuld ja er will hat ja selber verlängern der dj ist ja nicht unsere seite ja ja ist ja okay aber trotzdem nehmen wir da nur kurz und knapp die aussagen auf wir haben sie gesagt unten einen schutzhaft der bei denen ausgestiegen ist und die trachten dem nach dem leben der mit dem gesichtset oder richtig dieser rick nur heißt richtig und mich jetzt noch interessieren wird ist ob hier ein melken baxter gleich vor ort ist oder ein toni bresten wäre auch interessant das sind die von dem blauen richtig weil die sind ja wohl den dem typen hinterher gefahren eben moment notruf lsbd notruf zentrale körper guten tag der tankstelle sind gerade schüsse gefallen highway an der tankstelle welche tankstelle da können sie mir uns wo sagen wo genau im norden ja auf den östlichen halbe wo die eine tankstelle wo der shop da ist die einzelne jawohl da sind schüsse gefallen ja da sind schüsse gefallen da steht auch eine karre irgendwie ein derlingsauto von ihrem beruf weiß ich nicht ja da ist vor drum rum gelaufen wurden und die leute die geschossen haben sind mit einer anderen karre selbst selber typ weggefahren in gelben hosen konnten sie sehen wie viele täter das waren ich habe drei leute schießen sind drei leute schießen sehen sonst irgendwas kleidung oder irgendwann auffälliges gelbe hosen gelbe hosen ja gut wir gucken hat mir schnellstmögliche streifen vorbeischicken waren jetzt gerade noch mal zwei schüsse kann er noch mal zwei schüsse jetzt gerade jetzt gerade wir gucken hat mir schnellstmögliche streifen vorbeischicken soll ich hier vorraten oder gucken sie dazu sich in sicherheit begeben vielleicht haben sie ein auge drauf wenn da etwas ruhiger ist und sie sehen verletzte person rufen sie sofort die mediziner ja noch dass ich mir irgendwo zur seite stellen dankeschön fragt nach dem kaffee hast du das vorbeizubringen wenn das wäre am schießerei ja am östlichen highway an der tankstelle der einzelne shop ja klasse den schicke ich am besten jetzt schwierig spencer los wenn es und das somit oder was ich mache ich mal streife drei seit wenn eine fahrstelle da wird noch eine fahrstelle kommen dann muss man dann noch mal eine briefung machen aber da werden sie noch informiert ok für ihre info cooper da nimmt sie wahrscheinlich auch jemanden empfang drei täter flüchtig östlicher highway ja ja der einzelne shop da ich gebe ihnen den wegpunkt ja bitte ich müsste dann jetzt gleich in den feierabend gehen die letzte aussage müsstest du dann aufnehmen wenn es nicht in ordnung geht ein problem alles klar ich habe die aussage schon in die fallakte jetzt mal eingetragen ja kannst ja mal drüber gucken so ein bisschen den rest müsstest du leider machen weil ich mache jetzt dann wirklich feierabend ja ja kein problem machen wir so ja du hast die von adams müller und das sind pass der letzte von denen ist die damen ist ja genau die damen machen okay super heute sind einmal bitte die 24 hier den feierabend so werde ich einmal ganz kurz ihren ausweis bitte bitteschön so dann teilen sie mir am besten die können sie erstmal wieder haben hier dann sind wir am besten mal mit was ich dann zugetragen haben oder was sie beobachten konnten als sie an dem krankenhaus angekommen sind als wir im krankenhaus angekommen sind haben wir uns erst mal unterhalten weil wir gar nicht wussten was hier mit dem kollegen da ist ich muss dazu sagen ich kenne die alle gar nicht außer den dj also den sie da mitgenommen haben die anderen habe ich heute erst kennengelernt naja und als dann wohl die nachricht kam dass der kollege es dann nicht geschafft hat oder waren die alle ein bisschen traurigen vielleicht ein bisschen aggressiv so und ich habe draußen gestanden und konnte das gut beobachten und ja aber außer rumgeschreihe habe ich da jetzt nichts mitgekriegt ja keine waffen oder sowas und dass die mediziner die ganze zeit vor dem behandlungsraum gestanden haben äh als sie da angekommen sind wo befand sich der herr de sean jackson zu dem zeitpunkt naja wie gesagt das war ja bevor die nachricht rausgegangen ist dass der kollege da tot ist ne ja äh da standen wir wie erkläre ich nicht das da wo der eingang ist die andere tür ist ja abgeschlossen glaube ich richtig da wo der eingang ist dahinter standen wir also im krankenhaus so und dann kam wahrscheinlich der de sean jackson und zwar in der krankenhaus auch ja der war schon da der war schon da als die angekommen sind ja richtig ähm können sie ungefähr sagen wie lange der da war oder haben sind darüber keine information boah ich habe keine ahnung man so ein zeitgefühl wie ein stein ok konnten sie irgendetwas von der schreierei hören irgendetwas was gesagt wurde ich habe nur gesehen dass sie halt im kreis gelaufen sind so wie gesagt ich habe draußen gestanden habe eine geraucht aber waffen habe ich wie gesagt auch keine gesehen so ähm mir fährt ein blaues auto gerade runter kleinen moment lspd notrufkippos wir haben gerade telefoniert ich habe die medizin angerufen mein kollege wurde von denen auch noch irgendwie angeschossen einer von der medizinern ne ne ein kollege von mir also von ihnen ja ja einer von stein ok aber die haben irgendwie auf so eine karre geschossen die da vorne steht kommen sie wenn sie vorbeikommen kann ich ihnen ein kopf sind ja schon am fahren ja richtig die sind schon vor ort und die haben schon die verfolgung aufgenommen ja ok kommen sie dann hierher zu uns dass wir ich weiß nicht aussage oder so ja ich bin mit der leitstelle aktuell gerade ein bisschen beschäftigt hier im pd schon die officer die da vor ort sind ähm wenn sie nur eine aussage machen wollen kommen sie am besten ins pd dann können wir das hier vor ort machen wenn das geht ja mein kollege ist halt noch angeschossen aber es ist halt hier und wir warten jetzt gerade auf mediziner genau wenn sie das erledigt haben dann kommen sie dann zum frühstmöglichen zeitpunkt einfach bei uns kurz vorbei und machen dann schnell eine aussage ja machen wir medizin ist gerade eingetroffen ja aber gute besserung an ihren freunden richtig aus danke wiederhören bis dann hätte es denn sein können dass das ganze sich mit der waffe zugetragen hat bevor sie schon am krankenhaus angekommen sind nene so also sie können mir nicht sagen wie lange der herr de sean jackson schon vor ort war sie können aber ganz sicher sagen dass keine waffe gezogen wurde ja tankstelle war soweit sauber wir haben jetzt hier drei fahrzeuge die auf dem highway stehen moment moment eine verletzte person und einer hier wo dabei steht wir checken das ganze mal so verstaunen länder braucht ihr da noch irgendwie unterstützung kommen bisher ist übersichtlich also sieht gut aus ja verstanden jo nochmal ja man ähm ich bin am stadtpark abgeholt worden ich weiß aber nicht wer da im auto mitgesessen hat man wie gesagt ich kenne die alle gar nicht ja aber sie kennen den herrn de sean jackson genau der stand schon da aber die haben gesagt wir treffen uns jetzt mit dem am krankenhaus also kann das nicht lang gewesen sein es ist aber potenziell möglich dass sich das ganze in dem zeitpunkt schon zugetragen hat weil laut der aussage der mediziner hat sich das nämlich dann zugetragen als der de sean jackson dort aufgetaucht ist und wenn sie nicht sehen konnten wie er dort reingekommen ist dann werden sie auch wahrscheinlich nicht sehen können wie er die waffe gezogen hat aber ihr wart ja ungefähr eine viertelstunde nachdem wir da alle angekommen sind erst da ja wie gesagt aber sie sind nach dem herrn de sean jackson dort angekommen und das hat sich wohl dann zugetragen als er dort gerade angekommen ist das konnten sie ja nicht beobachten das heißt ihre aussage jeder hat sie beobachtet haben hat sich nach der tat erst zu gezogen aber das kann ich nicht sagen aber ihr könnt ja sehen wann ihr den funkspruch da bekommen hat dass sie da hinkommen sollte oder nicht eine genaue uhrzeit von das ist natürlich praktisch ja üblich zu normalerweise sicher nicht so also wie gesagt ich habe nichts gesehen mit irgendeiner knarre shotgun keine ahnung irgendwas ich weiß dass sogar ein mediziner noch mit uns da ein bisschen rumgescherzt hat als wir da im eingangsbereich standen so und wenn er da wirklich irgendwie angst gehabt hätte dann wäre es halt auch das sehr merkwürdig meiner meinung nach ja wie gesagt letzte frage diese mir auch nur einmal klipp und klar beantworten müssen konnten sie sehen wie der herr de sean jackson das krankenhaus betreten hat quasi waren sie zu dem zeitpunkt vor ort nein dankeschön das ganze nehme ich dann mal so auf darin jetzt was ich da aufgeschrieben hab ich will ja nichts aufnehmen was sie nicht unterschreiben und zwar als sie dort angekommen sind haben sie sich erst noch unterhalten und sie kennen aber auch keine der besagten personen außer den herrn de sean jackson als die nachricht kam dass der freund verstorben ist wenn sie dann auch zum krankenhaus sind sie standen draußen und konnte dann geschreie mitbekommen haben da aber keine waffe bei ihr sehen wie lange der tatverdächtige vor ort war konnten sie nicht sagen wir sagen nur wie sie da hektisch im kreis gelaufen sind und sich angekriegen haben ich kann schon sagen dass das mal mit sicherheit 15 minuten waren wo wir da waren und da war der herr jackson heißt er glaube ich richtig weil er jackson auf jeden fall die ganze zeit dabei da hat sich auch das können sie gerne mit aufschreiben mediziner mit uns unterhalten so und da war der herr jackson auch dabei als der mediziner bei uns gestanden hat und in dieser ganzen zeit wo ich dabei war ist da keine knarre gezogen worden und ich war wie gesagt im krankenhaus schon bevor die nachricht kam dass dieser wer auch immer da verstorben ist verstorben ist ja aber sie waren nicht vor dem herrn der schon jackson im krankenhaus wahrscheinlich genau gleichzeitig meine ich kann ihnen das nicht sagen ich weiß ja so nicht mal wie mehr wie er aussieht versteht was ich meine aber wir gehen ja allein wir sind ja hier in einem strafprozess da gehen wir nicht von wahrscheinlichkeiten aus weil dann könnten wir uns auch würfel nehmen und gucken ob er schuldig ist so wir gehen hier von fakten aus fakt ist sie konnte nicht sehen wie herr der schon jackson das krankenhaus betreten hat dankeschön das mit den medizinern dass sie sich mit dem unterhalten haben und herr jackson vermutlich auch dabei stand das habe ich jetzt auch so aufgenommen nicht vermutlich hundertprozentig ja vermutlich in dem sinne dass man andere aussagen haben aber laut ihrer aussage natürlich ja gut dann hätte ich so weit keine weiteren fragen wenn sie noch was hinzufügen wollen dann jetzt ansonsten ja bitte wollen sie was dazu sagen dann werden sie jetzt damit auch entlassen lspd notruf zentrale kürz jawohl hallo hallo hören sie mich jawohl hallo markpanda mein name ich habe gerade an der stadtparkgarage mein fahrzeug ausgepackt ja und das ist aber kaputt das fährt nicht mehr gut um was für ein fahrzeug handelt es sich da um einen schwarzen so da mit roten perleffekt jawohl haben sie zufällig die nummer von bennys ja aber es geht weder bei bennys noch bei ls kast und jemand wieder bei bennys noch bei ls kast und sehr gut wir gucken dass mir sobald eine streife verfügbar ist eine für dahin schicken kann leider noch bis zu fünf bis zehn minuten dauern ja das problem ist halt dass es die garagen ausfahrt blockiert ja allerdings wie gesagt wir sind gerade ein bisschen wir kümmern uns dann schnellstmöglich ja danke alles klar vielen dank tschüss gott 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 was geht ab brönzle hallo bayerion 91 für die leitstelle kommen hört sie kommen aktueller standort kommen wir sind hier 200 meter nördlich von dem shop auf dem highway kommen ok so verstanden ein ende bruder hier schreien kinder hier schreien hat mir noch mal so herr jackson herr jackson ja bitte so tut mir leid das hat so lange dauert um ihnen ein status update zu liefern wir haben jetzt die aussage ihre freunde alle aufgenommen alle fünf wir würden uns jetzt dann darum kümmern hat mir die aussage der mediziner noch aufnehmen und dann könnte man direkt weitermachen das hat so lange dauert eine menge aussagen jetzt leider auch einfach eine e mail für einen termin schreiben dann komme ich dann zur gerichtsverhandlung wie gesagt wir können das ganze jetzt auch direkt abwickeln wer macht denn den richter das würde dann zum beispiel der herr bischof machen und staatsanwalt das könnte der herr spencer machen macht alles ihr oder was richtig ich würde da tatsächlich gerne vorher mit dem herr greif drüber sprechen weil ich das nicht so cool finde ja der herr greif ist aber aktuell nicht vor ort und es ist wie gesagt kein wunschkonzert ich sehe die straftat im raum ich weiß nicht ob sie das bis jetzt nicht verstanden haben aber wir müssen jetzt erstmal die aussagen aufnehmen ja eben aber in der zeit bin ich ja immer noch unschuldig äh aktuell nicht natürlich ja ich bin immer noch unschuldig mit so aussagen mit ich bin nicht unschuldig würde ich ganz doll aufpassen wir sind trotzdem tatverdächtig ja aber ich biete ihn ja an dass wenn sie alles ermittelt haben dass ich dann für ein gerichtsverfahren zurückkomme ja und ich habe jetzt wo ich hätte ich hier noch stundenlang dauern also ja sie wollten die aussagen jetzt haben wir kriegen die aussagen jetzt wir müssen die auch auf aber wir haben sich jetzt um ihre angelegenheiten ja nicht hier umsetzen ja anscheinend doch ok und wo steht das genau soll ich denn buch holen ja also da muss ja irgendwo stehen dass ich dann hier sitzen muss also ich biete ihnen ja an dass ich freiwillig wieder zurückkomme für eine gerichtsverhandlung wenn sie fertig ermittelt haben nur wenn jetzt hier so eine ermittlung fünf wochen dauert so dann sitze ich ja hier fünf wochen hast du eine lupe zufällig dabei ne ne schade weil es steht nämlich ganz klein hier auf den zwei fingern sonst hätte ich dir das jetzt erreicht gut ich kümmere mich jetzt um die aussage der mediziner und dann bin ich gleich wieder für dich da mein freund ähm es soll ja wohl mit einer schrotflinte auf einen ihrer kollegen gezählt worden in seinem krankenhaus was jawohl das hat sich eben vor einer halben stunden aber zugetragen der rusewski ist da im bild ok der aktuell vor ort der ist vor ort ja also entweder kommt er vorbei oder ich rede nochmal kurz mit dem und dann rufe ich zurück ähm man würde dann ja rufen sie einfach zurück ok hier muss ich mir aber noch ganz kurz die nummer ausschreiben im moment ja ja kein problem ok habe ich gut ne da rufe ich zurück das kann zwar ein kleines stauner aber ich ruf zurück alles klar alles klar bis gleich morgens hallo ja schönen guten tag ja morgens ja äh ich wollte fragen ob der Herr Greif zufällig zu sprechen wäre beziehungsweise wann man dann mal mit ihm sprechen könnte eine genaue Uhrzeit kann ich da nicht nennen aktuell ist Herr Greif aber leider nicht da mhm ok das heißt wahrscheinlich eher in den Abendstunden dann oder was sehr wahrscheinlich ok ja vielleicht können sie mir auch helfen und zwar geht es mir um den Bearbeitungsstand meiner Bewerbung können sie mir dazu was sagen ihre Bewerbung ja wann haben sie die denn abgeschickt äh ich habe die zweimal abgeschickt einmal vor einem Monat ich müsste jetzt mal eben schauen ja einen Blick ja weil ich hatte jetzt vor kurzem nochmal ein Reminder rausgeschickt ähm weil ich ja gar nichts mehr gehört habe so also der Reminder der ist vom 17.06 ja und äh die erste Bewerbung war am 16.05 an welche E-Mail Adresse haben sie die geschickt wenn ich Fragen habe äh einen kleinen Augenblick äh lspd.gov.ls ok dann sollte eigentlich kein Problem gewesen sein ähm wie ist denn ihr Name Damien Miles Damien Miles wir haben sowohl Telefonnummer wie auch E-Mail von ihnen ja das einzige was ich ihnen anbieten kann ich habe leider keinerlei Einblick in die Bewerbungsunterlagen ähm dass sobald ich den Herrn Greif erwischen sollte der sich mal eventuell bei ihnen meldet oder irgendwie den Kontakt aufnimmt äh dass sie hier vorbeigucken können ansonsten wie gesagt einfach mal zur Abendstunde vorbeischauen und dann gucken ok wird sie den Herr Greif erwischen erfahrungsgemäß ab wann der Herr Greif äh antreffbar wäre eher so ab 18 Uhr oder eher so ab 21 Uhr könntest du mir dazu irgendwie was sagen das variiert leider ok gut ja dann versuche ich es ab 18 Uhr vielleicht nochmal damit jawohl vielen Dank sowas ist ja jetzt gleich schon mehr gut dann äh vielen Dank und ja ich würde mich über den Anruf freuen Dankeschön kein Problem ok Mojo Hallo ja ich bin da hinter der Theke am besten machst du dir ein paar Notizen von dem was du weißt ja ich hab's los ja ich hab's los hier ist doch irgendwo ein Job in der Nähe oder äh ja wenn sie hier die Straße runter fahren dann links weg ja dann wieder rechts nochmal links und wieder rechts also ist quasi so ein Zickzacklauf ok kurz Telefon ruf dich gleich zurück Tobi ja ok dann bin ich gleich wieder da in ich sag mal 5 Minuten jawohl bis gleich hm ich glaube auch dass er das mit den Gesetzen noch nicht weiß ne ruf streife 1 guck ups fotteig ins fotteig ruf ja tee la he gott ni leitstelle 53 kommen leitstelle hört frage bevor ich es heute am police department rumstehe würde ich ganz gerne eine verkehrsüberwachung in der nähe vom police department machen kann ja wohl ist er noch verstanden ich habe den standort bereits verlegt ich bin höhe ammunition richtung holz händler können wo verschaden ende lsb die notruf gebast ja hallo doktore seske hier haben wir selbst und zwar wir haben jetzt den leone den ihr dabei bei der tankstelle aufgegriffen habt in der schussplatz und soweit behandelt ja wenn ihr wollt könnt ihr den jetzt befragen in ordnung er steht jetzt hier draußen raucht ein aber ich denke jetzt nicht dass entweder weglaufen würde oder so damit sie bescheiden ist jetzt soweit durch haben sie gerade eine minute zeit für mich na klar geht es nämlich um ihre aussage bezüglich dem fall mit dem herrn der schoen jackson ok tatsächlich kann ich dazu nicht viel sagen ich habe das nur von dem malz damit bekommen dass er eine waffe gezogen hat ich konnte das da wo ich stand so nicht einsehen sie konnte das nicht einsehen leider nicht der herr meint ist aktuell im dienst ist er bei ihnen der meint ist nicht mehr im dienst und ich sehen auch nicht mehr im krankenhaus leider nein wie wäre der vorname von ihm gewesen da finde ich keine keine telefonnummer von ihm malz m les oder wie ach so von miles der vorname ich spreche auch noch mit meint damien 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 ja gut dann werde ich da ans versuche den anzurufen ansonsten ja alles klar aber tut mir leid dass ich da jetzt auch keine aussage treffen kann ich kann es leider nicht sehen ja kein problem herr rusewski gut alles klar dann noch ihnen eine angenehme geschicht bis dann ciao 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 Hallo, ein Moment. hallo auch eine möglichkeit da kann ich denn für sie tun hallo ich habe gerade nur erfahren unsere lehrlinge sind unterwegs und ich glaube einer von unseren lehrlingen ist lieber euch oder keine ahnung vielleicht jetzt im krankenhaus wer wird im krankenhaus sind der toni leone das weiß ich leider nicht name habe ich nicht aber hier unten habt da keinen weil der ist wohl da irgendwo in der nähe vom lehrlingsverarbeiter beim stein oder so zu einer schießerei gekommen oder so wie blau gelb keine ahnung mehr haben wir tatsächlich keine also da müsstest du mal im krankenhaus nachfrage moment ich habe telefon lspd notruf köpers ja schönen guten tag meils mein name ja grüß dich ja das richtig jawohl und zwar bräuchte ich ganz kurz eine aussage von dir wegen dem fall mit dem mit der schrotflinte eben ja okay ich kann noch mal vorbeikommen ich bin zwei minuten da das wäre super ja okay bis gleich perfekt so also wie gesagt der ist im krankenhaus wir hätten auch noch gleich einige fragen an den was ganz günstig wäre ist im scheinen zu sehen er ist auch schon wieder zerretten am rauchen dann kann es ihm ja nicht schlecht sein richtig wenn du den hier hinbringen könntest irgendwie besteht da die möglichkeit bestimmt ja ich wurde halt nur weil wir waren gerade am arbeiten ja weil ich bin ja meister und da wurde halt gesagt ja ein meister fährt halt mit ihm und kam halt ja wir sind da unten wohl rumgefahren und sind wohl zwischen die fronten gelangen ja so haben wir das nämlich auch gehört dass da uns was passiert ist da hat genau der daniel da der war mit ihm unterwegs wenn du da was wissen möchtest also ja aber das ist mit der geschädigte nee nee der war aber mit ihm und das ist ein meister wir haben ihm halt geholfen weil er noch lehrling ist der toni und das ist halt der meister mit ihm gerade unterwegs war die lehrlingstouren fahren genau er hat eben gesagt er wird eine aussage tätig ja wir haben aktuell laufen wir auf der letzten kohlen das wäre super wenn du uns wie dich kurz und deinen freund da kümmern könntest und wenn der bereit wäre eine aussage hier zu machen sich gesundheitlich in der verfassung findet dann sind toni aus dem krankenhaus richtig richtig ich fahr dann mal direkt rum dann das wäre super jung und gute besserung für ihn ja ich hole ihn ja eh dann hierhin gut dann bis später bis dann mein kopf so letzte status update der letzte mediziner kommt jetzt dann wird die aussage aufgenommen dann kümmer ich mich wieder um dich bitte nochmal der letzte mediziner für die aussage kommt jetzt der trudelt jetzt ein die nehme ich noch auf und dann kümmere ich mich wieder um dich fantastisch bis gleich oder hilfe hilfe jawohl perfekt werden wir das dann einfach ganz gut und schnell die führung machen gerade ausgebucht im hotel lsp die notruf zentrale kürpers kürpers fluss von medical center hier ja ich wollte mich noch mal melden und zwar mir wurde zugetragen dass da keiner direkt gesehen hat was da war das wurde alles noch von dem herrn malz so erzählt der geschichte also herr malz ist der einzige zeuge dass diesbezüglich genau ok nehme ich so auf dankeschön schön schön so herr malz dann schildern sie mal was da passiert ist tatsächlich ich kann gar nicht so viel sagen wegen der ärztlichen schweigepflicht der fall war so dass wir in unserem schockraum eine person liegen hatten notfallkontakt dahingehend medizinische details hatte diese details an die umstehenden personen auch mitgeteilt hatte was auch dahingehend völlig in ordnung war die person wollten diesen medizinischen details allerdings wohl kein glauben schenken und wollten sich selbst ein bild machen wartet mal ganz kurz ja notruf zentrale kürpers sogar tatsächlich derselbe kommt wie vorhin ich hatte vorhin angerufen wegen den sachen von der von der festnahme der java die mir abgenommen wurden die vielleicht noch bei ihnen sind ja jetzt sie wissen ja nicht welcher politik ist es gibt es irgendwie die möglichkeit ist nachzufragen schauen ob da einige da noch mal ihren namen bitte chicago chicago genau das war chicago oder mal eben ob ich da irgendwie eine akte finde jetzt gerade der staatsanwalt in dem fall der wäre vor ort der staatsanwalt richtig also der leitenden ermittler quasi ok da könnte man dann war das denn der herr kooper richtig ok alles klar er ist auch jetzt aktuell im dienst ok gerade aber noch unterwegs ok aktuellen pd wenn ich mich nicht irre wenn sie jetzt vorbeikommen könnten sie den fleisch erwischen ich bin zufällig gerade stehe ich davor ja ja gut dann warten sie kurz der gruppe ist nur kurz beschäftigt dann alles klar dann komme ich da kurz rein und dann kann ich den an alles klar vielen dank so sie wollten der medizinischen wochen kein glauben schenken ja richtig genau diesen medizinischen details wollten sie nicht glauben und wenn jemand richtig der hatte ich eben schon muss warten wollten sie nicht glauben und wollten sich selbst ein bild machen das heißt sie wollten sich zugang zum schockraum dahingehend verschaffen ich wollte davon abhalten bin dem herrn der dahin ist das haben sie ja auch kennen die cj war es glaube ich oder tj genau ist da rein und hat meine anweisung dahingehend völlig ignoriert ich habe dann versucht mich da zwischen dem patienten und ihm dann zu stellen und ob dann weiter auf ihn eingeredet dass er hier keinen zutritt hat und so weiter dass er hier wieder raus soll das ganze mit einem relativ bestimmten ton woraufhin er dann meint dass ich ihn mal könnte und dass ich mir jetzt hier nicht auf den sack gehen soll dass ich verschwinden soll ansonsten passiert was und der rahmen dessen hatte dann seine schrautflinte wurde irgendwie aus dem holster gezogen und sie mir präsentiert woraufhin ich dann den rückzug angetreten bin und ihm gesagt habe dass ich in diesem fall das alles pd verständigen werde ich soll machen was ich will und mir sind ruhe lassen und daraufhin hat der herr doktor selbst geht dann auch schon kontakt mit ihrer leitstelle aufgenommen und wenige minuten später waren sie auch dann schon vor ort wir haben uns dann sobald sie dann da waren habe ich meine beiden kollegen dann aus dem medical center per funk rausgebeten damit falls da irgendwie was passiert sie da frei agieren können und wieder nicht irgendwie im weg oder was stehen und ja bei dem rest waren sie ja dabei richtig richtig als der herrn de shawne jackson die schrufe in die zogen hat waren dann noch andere personen außer ihnen zwei im raum der patient welcher allerdings nicht brechbar war ja ich meinte jetzt abgesehen von dem herren als der herr de shawne jackson eingetroffen ist war er da alleine weiß ich tatsächlich nicht weil ich nicht genau weiß zu welchem zeitpunkt eingetroffen ist ich habe relativ schnell den überblick verloren es waren 45 personen die wegen dem patienten dann da waren einer davon war der notfallkontakt wann und wie und zu welchen zeitpunkt allerdings der herr jackson eingetroffen ist kann ich ihnen nicht sagen dass ich dann in dem raum dazu getragen hat haben natürlich außer ihnen und der verdächtige keiner gesehen richtig gut dann ist das schon mal sehr hilfreich und wir melden uns dann falls wir uns welche fragen haben wir dem ganzen dann jetzt weiter nachgehen ja ok ich bin noch weiter erreichbar ist dann ja tschüss ja ich habe jetzt alle aussagen sehr gut war hat sich hier ein herr vorstellig gemacht von dem vorfall gerade den wir hingeschickt haben ein herr wie hieß er denn jetzt ja hier waren einige ebay oder so ähnlich name nicht aber für den vorfall sind zwei leute da der angeschossene kül auch jetzt auch schon da er kommt auch jetzt ja richtig zwei freunde von dem sind da der eine war der der eine aussage machen sollte wo sie denn ja ok dann ja dann schnappen uns eben den nehmen dann nochmal kurz auf fall wird aber so nicht groß was kommen da unten abschließen hat mir das fertig an ich will den nehmen sind ja mal helfen ja spencer was zulässt du noch eben hier machen mit den aussagen oder hat denn den heibel oder wieder hieß das war der herr den wir daniel heibel das war der herr den wir hingeschickt haben der da mit dem an der wegen der schießerei da oben mit dem steinauto ja ja der da auf dem auf dem highway ne ja richtig nur noch mal kurz da stichpunktartig da die aussage aufnehmen dann mache ich das eben hier unten fertig und dann bin ich wieder bei dir super heibel war hieß er ne ja daniel heibel also sieht wie folgt aus seine kollegen sagen alle dass die nichts gesehen haben keiner hat aber gesehen wie der herr deshawn jackson da das zimmer betreten hat also es waren alle nach ihm da quasi ja er war laut aussage des mediziners sieht das nämlich so aus dass der john jackson mit dem mediziner zu dem zeitpunkt alleine in dem raum war weil der vorgestürmt ist das sah nämlich so aus die mediziner waren im schockraum hatten die person da liegen die person die angehörigen da wollten medizinischen details haben aber in den medizinischen details nicht geglaubt wollten sie selbst ein bild davon machen wurde es gerade angefangen ne leitstelle steifte zu hoch kommen leitstelle hört frage ich würde den standort zur spedition vorlegen dort verkehrsüberwachung weiter betreiben kommen so verstanden ende und ist er denn unterwegs bitte macht er denn verkehrsüberwachung ja einfach so weil er sich im pd nicht langweilen wollte aber ist jetzt nebelsächtig habe ich gerade keine kopfe richtig levi die wollten sich an zugriff verschaffen der mediziner miles war der einzige mediziner der da und da war und hat die versuch davon abzuhalten bzw den herren da drinnen er hat die anweisung ignoriert er wird sich dazwischen stellen und im behandlungsraum hat er ihm dann noch mal mit bestimmendem ton gesagt er soll sich jetzt bitte hiervon fernhalten der hat dann gesagt er soll ihm nicht auf den sack gehen und sich verpissen sonst passiert was hat ihm dann die schrotflinte präsentiert daraufhin hat er gesagt er ruft jetzt die polizei der mediziner und da kann der notruf dann zu dem zeitpunkt waren dann also der verdächtige und der mediziner alleine in dem raum aber die zeugenaussage von den anderen herren war das oder der müller war das glaube ich ne der gesagt hatte dass er da mit dem herrn jackson zusammen rein ist richtig ok aber das ist wie gesagt eine aussage eines freundes ok dann drohung auf 29 absatz 5 verlagd das ist schon offen ja ist schon offen richtig war ja hier die ganzen aussagen tippe ich jetzt auch nur da rein opfer war der herr meils oder was ja richtig dann brauch ich ja nicht bei den zeugen rein machen hießt er mit vornamen prämien er hat auch ein typ angerufen der ist hier vom pd der wartet auf dich weil du dem die waffen abgenommen hast ich habe den waffen abgenommen ja wohl irgendwer einer von euch aber das macht man dann gleich muss das erst mal aus dem kopf kriege weil sonst platz mit er wird machen und nicht einer von den deppen die da den raub die wurden abgenommen die kriegen die nicht wieder ich weiß es nicht und clemens verstorben er dien war der notfallkontakt wer ist denn hier dien ach ist das ja tim dien das mag sein ja ok 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 machen sie dann die starzanwaltschaft ich hab da kein lust hat der mir auf der nüsse jäht ich mach dann einfach nur das dinge hier der hammer jo bomfer bruder vielen lieben dank für deinen resub habibuk tachjub tachbomfer was geht ab cashew alter tut mir leid chat dass ich gerade sowas von kein zeit für euch habe aber ich hoffe ihr versteht das ich denke mal könnt das nachvollziehen aber hier ist gerade die hölle los seht das ja ja richtig sven ich mach den hammer ähm müssen die aussagen vorher drin sein bevor wir das da fertig machen oder packen wir nochmal eben rein aber nur so dreizeiler das reicht gut also ich sehe jetzt halt nur das problem moment lspd notruf köpers ja wunderschönen guten morgen äh guten tag ähm interessant ist wir bräuchten mal irgendwie euer schwertransport weil hier ist ein pounder die reifen sind vorne kaputt ja die reifen sind kaputt wo genau befinden sie sich äh ich befinde mich im ölfeld also beim ölfeld in der nähe quasi wenn man diese äh schotterstraße rein 53 stand bei das ölfeld jawoll die schotterstraße da genau direkt da steht der lkw ja in ordnung alles klar super danke kein problem bis dann bis dann naja das also das größte problem was ich jetzt sehe ist dass wir hier erstmal eine aussage gegen aussage haben der herr deshawn jackson leugnet das der herr malz gibt das an und wir haben zeugen die den herrn jackson entlasten richtig jetzt ist natürlich nur die frage wie glaubwürdig sind diese zeugen ja gute frage nächste frage ne ja wir haben trotzdem aber auch noch der rauschgift ne das ist ja definitiv ach das hat er auch noch dabei gehabt richtig und das dokumentiert ja ich glaube vom herrn äh wir haben seitdem das abgenommen nicht ernsthaft jetzt und er hat das nicht reingepackt anscheinend nicht ich krieg das ist doch was sollen das mitten in der befragung geht er in feierabend und ich bin mal eben kurz hier ne ja mach du 52 vielleicht schon kommen aber ist dann bei wird damit er wirklich das hat jetzt richtig scheiße ne weil ich würde eigentlich sagen wir machen das was wir ihm jetzt einwandfrei nachweisen können die drohung ist halt schwierig schwierig also wenn der herr müller sagt er konnte das die ganze zeit sehen ne aber ich sag mal jetzt ehrlich so das ist ne er hat nichts mit dem verstorbenen im krankenhaus zu tun was hat er du hast die aussage von dem jackson aufgenommen oder was ich ja ja wer denn wer haben sie boah das ist doch nur ne scheiße ja da müssen wir sie halt alle gehen lassen jetzt nützt nix wenn hier so ein polizist so eine schlampige arbeit macht und keine aussagen mehr einträgt dann was soll man denn machen ja ich habe mir gesagt noch die restlichen aussagen ne ja ja sie hat einen sprechwunsch kommen richtig ich habe ihnen einen wegpunkt zugewiesen dort ist wohl ein lkw liegen geblieben könnten sie das mal einmal anfangen kommen ja positiv kann ich anfahren und negativ ich habe keinen wegpunkt kommen dann teile ich ihnen den nochmal zu ja verstanden ja check rotrufzentrale lspd geposte ich will jetzt nicht unbedingt mittendrin abhauen oh jimmy jones hier tochchen jawohl äh ich hab ne frage wie viel zeit muss in dem vergangen sein dass ich ne vermissten anzeige schalten kann ja das ist ne gute frage bleiben sie mal ganz kurz dran ja das ist ne gute frage bleiben sie mal ganz kurz dran Herr Cooper der hat sich da nur verteidigt wer wurde beschossen hat das feuer erwidert dann sind die da abgehauen und gut ist soll man da groß machen wir haben keinen ja äh wie viel zeit muss vergangen sein bis ne vermissten anzeige aufgenommen werden kann 24 stunden 24 stunden alles klar ich danke ihnen jawohl tschau tschüss also lassen wir da jetzt frei ja ich würde sagen da unser kollege da so irgendwelches rauschmittel wohl beschlagnahmt hat wir aber keinen beweis dafür haben dass das da ist ja einzige was wir machen können nochmal nachgucken was er in den taschen hat kann er aber halt schon hier irgendwie im klo runter gespült haben richtig wird doch halt ich für schwachsinn wer weiß was er sich noch nicht notiert hat so wie ich das mitbekommen ist der da ziemlich wie lange musste der in feierabend gehen irgendwie vielleicht war ja irgendwas ne vielleicht hat er sich schon alles notiert und hat irgendwo speziell hinterlegt hier oben bei uns ja müssen wir mal gucken ne den erstmal fragen bevor wir da den jetzt ne da ne Hetzparade machen ne ne Hetzparade nicht aber es geht jetzt darum dass der typ unten sitzt und wir können wir haben halt jetzt nix mehr in der Hand ja ja klar das heißt der geht jetzt das ist jetzt halt so wenn er halt schnell weg musste dann ist das so kein Problem aber ist halt dann ärgerlich jetzt so weil es hat halt alles jetzt viel Zeit gekostet und gut aber ist jetzt so da müssen wir den Herren jetzt gehen lassen und dann hat sie das ganze ja das ist klar gut ja wegen unserer Sache schick mir dann am besten einmal per E-Mail die Aussage dann kannst du auch abhauen dann mach ich da nen Einsatzbericht zufällig und dann ist gut ok ja schick ich dir jetzt rüber oben in der Umkleide ja ich bin dann am Feierabend jetzt erstmal ne jawoll jo cheerio naja tscher Herr Jackson ja bitte so ich würde sie gerne noch einmal kurz durchsuchen ist das in Ordnung ja klar Können Sie einmal die Hände hin? Dankeschön. Gut, dann können Sie die Hände wieder runternehmen. Sachen wurden Ihnen ja abgenommen, ne? Ja, das ist auf meinen Schlagring. Okay, den durften Sie diesmal behalten. Dann kommen Sie einmal raus, Herr Jackson. Dein Telefonbuch hat noch. Sie haben hier Ihre Sachen, die Kiste da. Mal gucken, ob alles da ist. Ja, sieht gut aus. Also, ich erkläre Ihnen, dass Ihr Kollege das Telefon auch mit dazu verstanden ist. Das lag da auch mit drin, ja? Okay, nochmal. Also, wir lassen, wir können Ihnen das hier nicht einwandfrei nachweisen. Deswegen stellen wir das Verfahren hier ein. Wir haben auch einen entlastenden Zeugen, dem, äh, wir glauben das jetzt erstmal so. Auch wenn der mit Ihnen da irgendwie näher verkehrt, ist alles okay. Ähm, und mit dem Rauschgift, was Sie dabei hatten, das, äh, wurde von uns leider falsch dokumentiert. Und dementsprechend können wir da nichts weiter machen. Ja. Ja. Okay. Könnte... War, also, es war ja eh nicht viel. Ja, es könnte sein, wenn der Kollege, der jetzt überstürzt in den Feierabend musste, wenn er das dokumentiert hat, dass da vielleicht nochmal was wegen dem Rauschgift auf Sie zukommt. Das kann ich Ihnen jetzt nicht versprechen, aber ich möchte Sie deswegen jetzt nicht in Untersuchungshaft festhalten. Ja, alles gut. Und, äh, dementsprechend können Sie jetzt gehen. Super. Dann machen wir das so. Alles klar. Ähm, wie ist es, äh, bei Beschwerden ans FIB, ne? Genau, FIB at GOV.ls. Perfekt. Ähm, wer ist da der Ansprechpartner? Äh, das FIB leitet der Herr Albrecht. Ah, okay, ja, super. Dann machen wir das so. Ja, dann einmal nach ihm. Ja, perfekt. Ach, dann, ach, dann, ach, dann, ach, dann, ach, dann. Spotify. Ich bin frei. Bitte? Also hat keiner mit mir geredet. ersten morgen dann mal hier Die Aussage auch weg. Was geht ab, Jeff? Danke schön für deinen Host Habibuk. Hoffentlich hatte der alle Spaß beim Jeff, aber das wäre kein... Höhöh, crack ihm Slime. Vielen Dank, Bruder. Bruder, mein Kopf platzt gleich, Alter. Mein Kopf platzt, ich hör's dir. Okay. Details Hier, hier, hier 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020 Sein Kollege hat gemeint, das könnte Andy West sein, aber nehmen sie mal schon mal alles so ab. Und dann, wenn die auch alles Krankenhaus verfracht hat, dann werden die einmal kurz alle befragt und dann... Ja, check. Ja, vielen lieben Dank für deinen Resub, Bruder. Was geht ab, Craycranja? Was geht ab, Craycranja? Ja, vielen Dank. Ja, vielen Dank. 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 Bye. 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 Losch 3 für 2 Leute kommen Was geht ab, Prophet? 60 Leute kommen 1 für 2, Hör Für Sie zur Information Die 91 ist aktuell Standby Einer von Ihnen übernimmt vor Ort Bitte die Einsatzleitung an So verstanden, Ende Die 2 für 3 Die 2 für 3 Die 2 für 3 Ich denke mal die sind voll besetzt hier, komm mal erstmal mit, wir setzen uns erstmal rüber, dann nehme ich nochmal deine Personalien auf. Äh, Officer, wo soll ich hin? Äh, wenn sie nicht behandelt werden müssen, können sie sich erstmal hier drüben dann hinsetzen, dementsprechend. Doch, ich glaube, ich sollte behandelt werden, aber... Die beide einmal verhandeln, oder? Ja, ja, ja. Okay, dann, äh, kommen sie mal mit beide. So, einer einmal hierhin. Also sind sie und der McKellen jetzt hier, ne? Ja, richtig. Also ich mach nachher 10.02 Zwecksfeierabend. Und doch nicht mal alles zu lange im Dienst. Ja, alles klar. Ja, das mach ich. Einsatzleitung, äh, Krankenhaus, von Leuchttelkommend. Einsatzleitung gehört, komm. Äh, da kommt gleich ein, äh, Edwards zum Krankenhaus, der war wohl, wie bei der Nähe ins Grenzen losging, äh, da müssten sie mal eine Aussage aufnehmen. Ja, das ist der Zeuge, der bei Benni stand, richtig, komm. Ja, das ist positiv. Ja, es geht, brennt bis zur rechten Seite, brennt, verstanden Ende. Ganz gut. So, hast du schon eine Verlagerung? Ich bin dabei. Okay, dann, nehmt die Aussage auf. Hm? Moment, geht gleich los. Ja, ist schon offen. Ähm, hast du den Namen? Das war Andi Vest, ne? Ja, ne, wurde ich mir. Ich knall die jetzt alle erst mal als Täter rein. Ja, ich muss sie als Täter oder Opfer reinballern. Ähm, das steht doch keine Rolle. Das ist schon falsch. So, gut, gut. Herr Küppers, haben Sie noch irgendwelche Namen für mich? Ne, leider nicht. Gut, dann, was ist bei den Herrn Lohs? Ja. Ja, ich weiß gar nicht, wenn ich noch mal den Ausbeißen habe. Ja, ich weiß gar nicht, wenn ich noch mal den Ausbeißen habe. Ja, ich weiß gar nicht, wenn ich noch mal den Ausbeißen habe. Ja, ich weiß gar nicht, wenn ich noch mal den Ausbeißen habe. Ich weiß gar nicht, wenn ich noch mal den Ausbeißen habe. ấy, neue Ausbeißen und die Schüttchen stehen, wo ich an den Ausbeißen habe. Ja, ich bin auf dem Weg. Ich komme noch ein paar bis zum. Uff, es gab wohl eine Schießerei und hier sind einige Verletzte. nochmal ab drei, vier Personen äh, könnten Sie sich mal am Kopf platzen? Warte, 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 warte ey, ey, ey ich bin, ich nimm ne Aussage auf ich bin keine Tippse, ne? Wir haben euch aufgefordert stehen zu bleiben 53 für 65 kommen Ja, ich bleib erstmal hier und kümmere mich um die Bürger 65 Ende Willst du die jetzt als Wagen verifizieren? Oder magst du jetzt nur gelbe? Hast du dann gesehen, dass das gelbe sind? Oder war das? Wie auch immer? Und dann weiter Wenn jetzt gleich der Kupa kommt, dann Feierabend Richtung Bennys, weiter Wie lange sind wir denn schon da, Mann? Oder vier Stunden. Drei Abend verdient. Heute sogar Arbeit, eigentlich selbst gar keins. So, die Nummer zwei wäre dann auch durch. Jawohl. Äh, ja, irgendwo nur einmal zu hinten. Seid ihr alle ausgestiegen oder nur du? Guten Tag, ich grüße Sie. Die Bishop, mein Name, lass uns das Police Department. Guten Tag, Harris, der Anrufer. Ah, sehr schön. Und ich saß schon, hat schon jemand mit Ihnen gesprochen? Nee, noch nicht. Noch nicht? Wir wollten jetzt auch nicht stören, deswegen haben wir einfach gewartet. Ja, alles gut, haben Sie das beide gesehen? Negativ, nur ich. Also er hat sich hergefallen, ich bin zwischendurch runtergefallen. Ich habe nur den Anfang gesehen, wie die sich auf der Kreuzung geschossen haben. Hm, okay. Ähm, Jupp? Ja, bitte. Äh, wärst du so freundlich, würdest das mal aufnehmen, nicht, dass ich hier die ganze Zeit wegen der Notrufe rausgeklingelt werde. Äh, das Problem ist, Liv, ich wollte gerade zu dir kommen, ich würde jetzt gleich 10.02 machen, bezüglich Feierabend. Ja, alles klar. Du musst nämlich langsam. Alles gut, ja. Ähm, ich organisier das gleich, Jav. Okay. Äh, wie dringend ist das? So, sag mir mal ein Zeitwitzel. Nimm dich dringend. Bitte? Nimm dich dringend. Ah, okay. Ja, du, dann schnapp dir eine Karre und fahr. Jawohl, ich nehme den da hinten, ne? Bitte? Ich nehme den da vorne, mit dem ich dann mit der 91 hierherkomme. Ja, 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 hier, Abfahrt. Okay. Gut. 91 wieder aktiv. Äh, 97 kommen. 97 hört. Nehmen sie mal die 91 mit, und dass der im Prinzip mit der Karre wiederkommen kann, ne? So verstanden. Time for Feierabend, Jav. Jo, du bist mit dem Granger gekommen. Jo. Wer wer denn? Äh, der Dingens. Ach, schnell, der Levi, glaube ich. Levi? Ja, ja, der Bishop. So. Leitstelle für die 65 kommen. Leitstelle hört kommen. Ich habe hier einen Mark Thunder im PD, der wohl für ca. 15 Minuten ne Tankerchen nicht bezahlt hat. Irgendwas mit an die 90 Dollar kommen. 97 Dollar und 19 Cent kommen. Ja, check. Buch ich sie ab. Ich hole dich dann, äh, neue Ware, wach? Jo. Geht's. Oder wie? Bitte? Gehst du jetzt einen Feierabend, oder? Ja, das ist richtig, ja. Ja, dann, ich packe schon aus, alles gut. In Ordnung. Bist du an, Junge, ne? Feierabend, ne? Was geht ab Ghandimos Prime, Brudi? Hallo, Memo. Splendorous. Hallo, hallo. What a views? Was geht ab, Hähche? 97 macht jetzt Feierabend, Ende. Ja, verstanden, schönen Feierabend. Komm zurück. Da sind Sie ja hier dieses Symbol, mit diesem Brief, ne? Ja. Ich ärgere hier, wen ich will. Was hat die Sandra denn geschrieben? Oi. Macha. Ja. Ja. Mann. Moi. Das ist toll. Ja. Hat den immer recht gekocht. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und jetzt wie die letzten Tage auch wieder das aktuellste Lied auf Soundcloud Dann aber den Feierabend Am Anfang noch für kleines Geld Pizza verteilt und heute kassier ich Geld per MP3 Hatte eine Tech-9-Beim, dopt ihn stets dabei Und ballerte bei Streit auf Polizei Machten so das Cash, bis die Werkstatt dann kam Damals nichts geahnt von einem Plattenvertrag Es dauerte nicht lang, bis das Auge uns sah Schon stand er da, da hat die Schlange, da hat die Schlange sich vertan Danach kam die Witwe mit dem Syndikat ums Eck und spannte alle in ihr Netz Sie sagen Jackson aus Respekt Sie sagen Jackson aus Respekt, AKS oder Text, Drugs oder Cash Es gab nichts was wir nicht hatten und das Konto blieb gedeckt Meine Jungs, die sind echt wie der Text, den ich spitte Waffenhandel für den Maybach und die Echtledersitze Plötzlich sitze ich durch ein Nissan Fall in Haft Und so macht der Greif-D-Day zum Ziel eines Attentats Und so war die Stadt dann mitten in der Nacht auf einmal hell Kugeln fliegen durch die Luft, kein Polizist spielt hier den Held Denn sie wissen, wer die Waffen auf sie richtet Sieben, eins, neuen Growth sieht unsere Geschichte Wochen später kam dann auch auf einmal dieser Tag an dem Jeff dann zu mir sagt, Rakeem, ab heute sind wir Stars Pack jetzt deinen Kram, das Ticket ist gebucht Wir sind weg aus dem Dreck, jetzt heißt es Business in der Boof Was ein Jahr Dank an alle, die dabei waren Und natürlich auch an alle, die uns immer den Rücken gestärkt haben Was bleibt groß noch zu sagen Sieben, eins, neuen Pace Sieben, eins, neuen Pace Davinci, ja, das ist auf Soundcloud hochgeladen Aber das ist nicht öffentlich, nein Weil wir Jeff und ich haben ja im RP dieses Album da angekündigt Und das Ding soll Also ich finde, das muss dann irgendwo schon geschlossen Hochgeladen werden Das soll ein Ding davon sein Keine Ahnung, ob Jeff da noch was einfügen will Vielleicht hat der Bock da auch noch was dazu zu machen Auf dem selben Lied Dann kommt da noch was von Jeff dabei Muss ich dir mal fragen Ähm Wenn der Bock hat, immer gerne Ja Slimesild Ansonsten Vielen lieben Dank fürs dabei sein Wie Die selbe Ansprache Ähm Wird Zeit, wen zu finden, den wir hosten Ist denn da Geil, keiner Falsch Da bin ich bis 19 Uhr Ich bin da Du hast immer noch keinen zum hosten Bruder, warum macht ihr das immer, ja Ja Ja, ich gucke mal, ob es gerade noch wen anders gibt Außer Stay Weil ich meine, Stay hat ja auch seine Zuschauerschaft Guck mal, Simply Siehste Simply ist da Geil Dann lassen wir mal ganz viel Liebe bei dem Penner da Zeig dir mal die Duplus Und äh Ja Vielen lieben Dank für alles heute Wir sehen uns vielleicht morgen Ansonsten 24.25. wieder abends Nachtschicht Ähm 719 Flashhost Simply Und Peace 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 Untertitelung des ZDF, 2020